streamen. Außer ihr sagt, ihr wollt's nicht sehen, dann spiele ich es privat. Oder auf Discord privat. Und jetzt wechseln wir zu Mario Kart. Toda! Wenn du magst, kannst du schon mal Mario Kart einstellen im Streamtitel. Äh, im Dings. Nicht Streamtitel, in Spiele-Dings. Ich möchte gerne zuschauen. Dann, wie gesagt, streamen wir das auf Twitch weiter. Oder, gerne auch privat auf Discord als Stream. Na? Okay, Softwarekarte kaputt. So, denkt dran, den Stream zu boosten. Wenn irgendeiner von euch noch boosten kann, würde ich mich sehr darüber freuen. Hat das geklappt mit Mario Kart? Ist einfach immer noch Just Chatting drin, kann es sein? Ne, Mario. Mario Kart hat nicht geklappt. Ähm, die Rubrik Mario Kart 8 Deluxe gibt es nicht. Toda, es gibt nur die Rubrik Mario Kart 8. Ich kann, müsste aber PC anmachen. Ich will mir ein PC kauf für 850 Euro. Ich hab jetzt eine Xbox One und PS4. Wenn du dir eine PS5 holst für 500 Euro oder eine Xbox Series X, die neue, für 500 Euro, bist du auf jeden Fall günstiger, als wenn du dir ein PC für 800 kaufst. Ein PC für 800 ist definitiv schlechter als eine der beiden Konsolen. So, wir gehen online rein. Online-Turnier. Hm, Freunde und Mitspieler. Und hier mach ich einen neuen Raum auf. Und ihr geht Freunde und Mitspieler und drückt dann auf meinen Namen. Um reinzukommen. Ich nehme Mario, ich nehme das Turbo-Bike, kleine Räder und Standard. Ähm, genau. So. Hat noch irgendeiner Zuschauer-Brownies und kann mich boosten? Oh, da kommen schon die ersten Leute. Liebe geht raus. An alle, die jetzt mitspielen wollen. Und alle, die natürlich noch zuschauen. Oder überhaupt hier sind. Wollen wir auf Discord? Wollen wir talken? Habt ihr Bock? Mein Energy ist fast umgekippt. Oh nein. Merkel auch mit dabei. Natürlich. Natürlich. Ich träge jetzt meinen Kaffee aus. Fast ist nicht ganz. Zum Glück. Mir ist neulich mein Energy umgekippt und der ganze Tisch hat geklebt. So, Merkel ist dabei. Aura dabei. Broken ist dabei. Äh, ich weiß gar nicht, wer der hier ist. Merkel ist Mustafa. Der und der. Dessen Amiibos kann ich jetzt gerade nicht zuordnen. Sehen wir dann gleich. Das klingt schön. Let's go. Wollt ihr zusammen talken? Oder wollen wir einfach so spielen und fahren? Ah, BW Punkt Punkt. Wo ist Trump? Trump und Merkel fahren immer einzeln. Talk? Wir können gerne den Talk. Let's go. Talk. So, Talk ist offen. Nennen wir den Talk MK8 Livestream. So, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Grün, it's me. Hello. Oh mein Gott, bist du laut? Warte mal, ich muss euch leiser machen. Zumindest, wenn ich streame. Erst bin ich zu leise, jetzt bin ich zu laut. Live-Chat? Ist sie zu leise oder zu laut? Ja, wenn du perst, wirst du wahrscheinlich wieder nicht zu verstehen sein. Ja, wahrscheinlich. Ist das, hast du so ein Kabel-Headset oder was? So ein Kopfhörer? Ja, wie immer halt. Und die hältst du die ganze Zeit so an deinem Mund oder was, wenn du redest? Nee, ich hab das Kabel so einmal um den Hals und dann hängt es recht nah am Mund. So einmal um den Hals gewickelt oder was? Da macht's knack. Aber warum das denn? Das hört sich ja irgendwie nicht gesund an. Ja, weil ihr es alle schon wieder falsch versteht. So einmal um den Hals alles wickeln. Ja, einmal um den Hals wickeln. Wer kennt's nicht? So, Computer schwierig, alle Fahrzeuge. Sechs Runden. Wir machen mit Teams, falls Leute nachjoinen. Dann ist es nämlich egal, wann sie nachjoinen. Die Teampunkte werden ja zusammenaddiert. Electrical Longboard ist am Start und Hefs ist zwei. So, okay. Renn starten, ja. Wir sind aktuell eins, zwei. Hä, ich hab doch Computer angemacht, oder nicht? Geh nochmal zurück. Oh, jetzt hab ich die Lobby geschlossen. Ja, gut. Ja. Ich mach nochmal auf. Ja, das ist ja okay. Nochmal. Komm. Dam, dam, dam. Ich will mit dir spielen, aber ich habe das Spiel nicht. So, okay. Jetzt könnt ihr nochmal rein. Sorry, ich hab die Lobby kaputt gemacht. Ich wollte wissen, wie viele Leute da sind. Also jetzt müsste offen sein. Jetzt ist offen. Zwölf können rein, ne? Maximal. Ja. Okay. Ich hab Benni schon angeschrieben. Oh, perfekt. So, da kommen sie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir sind sechs Leute. Okay. Dann starte ich schon mal mit Teams Standard Computer schwer. Ist doch richtig. Machen wir erstmal vier Rennen. Zum Einfahren. Drei versus drei. Ah, okay. Jeder hat drei Computer im Team. Stufe schwer. Vielleicht so sechs gegen sechs und den Computer allein. Ne, ne. Ich hab schon gerecht aufgeteilt. Außer natürlich, jetzt kommen drei Leute rein. Wenn jetzt drei nachjoinen, kommen die wahrscheinlich alle drei in ein Team rein. Dann ist es unfair. Die werden nämlich, glaube ich, nicht gleichmäßig verteilt. Also, ähm, ja, das geht nach der Reihe. Dann, wenn du gleich, wenn du gleich eine Map-Auto sucht, brode, sieht man da so eine Farbe, äh, so eine Farbe. Und dann geht es nach der Reihe, wie die reinkommt. Ah, verstehe. Wer ist Trump? Das ist, äh, Mustafa. Okay. Okay. Bin gespannt. Ja, ich hab jetzt die Teams zufällig gemacht. Ich glaub, irgendwie... Irgendwie ist grad Männer gegen Frauen oder so. Kann das sein? Ja, irgendwie schon. Gut, die Männer sind im roten Team und die Frauen sind im blauen Team. Oh, livechats, ist der Ton in Ordnung? Hört ihr die Leute? Ist der Spielton zu laut? Gebt mal ruhig Feedback. Kommt uns an, ist BAW Punkt Punkt eine Frau? Äh, das weiß keiner. Ich weiß nur, dass BAW Punkt Punkt schon über ein Jahr zuschaut. Mehr weiß ich auch nicht. Die Leute sind etwas leise. Broken ist 200% zu leise. Okay, ich mach gleich lauter. Ja, ich hab das auch gemerkt. Ich bin irgendwie immer richtig leise. Ja, ich... Ich... Ich wollte die Zuschauer leiser machen. Ich mach euch gleich lauter. Übrigens, ich bin nicht Team Blau, weil ich halt nicht blau bin, ne? Ich bin nüchtern. Wie sieht's aus? Ja, genau. Ey, ich bin... Moment. Ey, ohne Scheiß. Ja, Aura kennt mich seit einem Tag. Die muss aufdenken, ich bin Alkoholiker. Bin ich aber gar nicht. Einfach mal, um das klarzustellen. Bin ich wirklich nicht. Ey, hört auf jetzt. Ich würd's ja nicht denken, wär ich das selber nicht. Oha, warte, was? Wow. Nee. Gibt's das Spiel auch auf Xbox? Äh, nein. Das Spiel gibt's... Geil. Es gibt tatsächlich Crash Bandicoot Racing. Das soll sogar besser sein. Nein, das soll schlechter sein. Nee, nee, es soll besser sein. Auf der Switch soll es schlechter sein, weil das Spiel halt da irgendwie nur mit 30 FPS läuft. Aber auf den Konsolen, auf den anderen soll es richtig geil sein. Oh mein Gott, bist du nicht der Typ, der auf den Fliesen eingepennt ist? Wegen Wein? Nein, das muss jemand anderes gewesen sein. Definitiv. Und... Pokemaster hat den herzlich willkommen. Nein, boah, bin ich still. Oh, ich hab ne Freundschaftsanfrage erhalten. Ich werd nichts, ohne versuchen, sie anzunehmen. Ansonsten joint gerne auch Leuten nach, die hier schon drin sind. Habt ihr die Krise, denen das Freitagsansprakt hat? Ich muss euch gleich lauter machen, ich höre euch nicht. Ich bin Zehnter? Oh nein. Aber ich hab gesehen, Aura ist Neunter. So und daher... Weißt du... Zwei Hubs sind Vierter und Dritter. Oha. 31 zu 51. Weißt du, von Anfang an hat ein Furkengerät eine Banane mir in die Fresse geworfen. Ja. Am Anfang, da hat sie gechüttelt. Ich war die mit dem Blitz am Schluss. So, ich mach jetzt das Spiel sound leiser. Ganz am Anfang, Herz auf, werben zu mir und jetzt die Banane. Äh, im Game Pass könnte das Spiel kostenlos sein, Oli Alpen. Weil Game Pass ist fast alles kostenlos. Oh, Benni ist da, ne? Ist das Benni? Ja. Schon irgendwie cringe. Ähm. Ich weiß nicht so richtig, wie ihr alle ausseht, aber ich kenn eure Mies. Ja, das... Quasi seid ihr diese Person in meinen Augen. Ja, genau. Hilfe, sehe ich scheiße aus. Perfekt. Ich hatte so helle Haare, wirklich. Damn. Wie hell. Aber du kannst sie ja blondieren. So hell wie man nie. Du kannst sie ja... Wie platinblond. Weißt du, wie lange das dauert? Ja, mein Gott. Das dauert sehr lange. Äh... Bei mir auch. Ich hab Strohhaare. Oder so. Fühlt sich weird an. Keine Ahnung, was ich hab. Auf jeden Fall nicht geil. Ja, blonde Haare sind generell nicht so dick. Wie dunkel. Das mag sein. Trash Bunny Code Racing heißes Spiel. Ich nehm... Olli Alpen. So. Ich schuld auch mal nach. Ich hab übrigens mir 7 Tage gesecured für meinen Main-Account. Wow! Denkt dran, ne? Äh... In 2 Monaten, Leute, ist das Turnier. Äh... Ja, ja. 3 Monate. 3 Monate wäre ein bisschen spät. Und... Äh... Äh... Ja, 2. Hab ich... Hab ich was anderes gesagt. Und wir hoffen, dass Benni bis dahin sein Internet gefixt hat. Ansonsten muss ich irgendwie... Neun Teammates. Aber... Ne... Also ich hab gehört, man sollte sich sowieso Ersatzleute holen. Weil das Turnier geht wohl 4 Stunden oder so. Und man sollte... Man sollte nicht davon ausgehen, dass alle 6 Mates 4 Stunden am Stück dabei sind. Man sollte auch nicht ausgehen, dass ich um 11 Uhr aufwache. Na gut. Äh... Ich werd... Ich werd, glaub ich, noch 2 Leute oder so noch zusätzlich mitnehmen. Ja... Oder... Oder... Warte mal, wann beginnt das denn nochmal WKU? Ey, das steht, glaub ich, alles noch nicht fest. Am 13. März ist es. Äh... Und es wird halt 4 Stunden oder so am Stück gehen. Ohne Pause. Ich hab gehört, dass wir jetzt 2 Tage gehen am Anfang. Ich hab keine Ahnung, was die sich vorgestellt haben. Ich bin gespannt. Ja, das hab ich aber auch gehört. Was? 2 Tage... Was? Digga, wahrscheinlich... Einfach so 48 Stunden im Stream. Würde ich gar nicht fühlen, Alter. Ich fäng an der Decke. Ja, vielleicht fallen wir ja in der ersten Runde raus, dann sind wir eh nach einer Stunde fertig. Ja, ne... Wir kriegen nicht raus, wir gewinnen. Oh! Ich glaub, so scheiße kann's gar nicht werden bei uns. Ja, wir sind tatsächlich ein sehr gutes Team aufgestellt. Wir sind nicht so scheiße. Ja, I mean, ich spiel zwar gefühlt alle 3 Monate, aber ich bin... Ich bin grad Platz 1. Äh, 2. Okay. Ich wurde in der letzten Sekunde nochmal überholt, weil ich gegen einen Baum gefahren bin. Alter. Auf der Autobahn. Baum? Gegen einen Baum. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Sagt nicht. Brauch nicht. Ab und an gegen Bäume fährt, Alter. Mir ist das schlecht gerade irgendwie. Keine Ahnung. Hast du Alkohol getrunken oder was? Nein, 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 nein. Der hat kein Alkohol getrunken. Deswegen geht's ihm schlecht. Nö. Oh, nein, Kindag trinkt kein Alkohol. Oh, die Woche ist schon wieder fast vorbei, ne? Nur noch 4 Tage. Hey, morgen ist Mittwoch. Die Woche fast vorbei, Alter. Nee, morgen ist erst Dienstag. Morgen ist Mittwoch. Dienstag. Hä, was? Och, hey. Woche fast vorbei. Ja, moin. Ja, ich bin auch... Ich bin auch gerade innerlich tot. Egal, nimm mal mit. Egal. Solange du nicht äußerlich tot bist, ist alles gut. Naja. Ich bin um 5 zu aufgestanden. Ich bin um 4 zu aufgestanden und bin jetzt schon wieder müde, Alter. Ich kann mich auch begraben, gerne. Ich bin um 8 aufgestanden. Nee, um 7. Ich bin um 7 aufgestanden. Ey, mein Account ist aus Österreich. Oh, Mann. Wieso ist der ja... Ich bin um 5 aufgestanden. Ich muss da eben... Mein Account aus Amerika muss ich irgendwas eingeben, um mir Ordnung zu holen. Ich hab jetzt mal Regionen umgestellt. Oh, Mann. Oh, Mann. Und gleich bin ich, die ich gefunden habe in Wien. Loy. Ich hab einfach die Regionen nicht gefunden. Tschüss. So, Wages Team wird gewinnen. Momentan führt immer noch Team Blau, ne? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Ich glaub, 30 zu 50 oder so. Achso, oha. Gut. 4, bist du Team Rot? Ja, ehemals haben die Frauen gemacht. Perfekt. Team Rot wird nämlich gewinnen. Ja... Nee, würde ich nicht sagen. Die Frauen bestechen hier irgendwie. Keine Ahnung. Achtung, Broken ist hinter dir. 4. Oh! Ach, wer hat mich da gerade abgeschossen? Er schreckt mich doch nicht immer so. Du hast uns gerade erschreckt. Du hast uns angeschrien. Ich hab schon... Ich hab schon... Ich hab schon... Scheiße. Mein Vater ist Alkoholiker, meine Eltern sind getrennt. Ah, das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist die schlechte Seite vom Alkohol. Ich sag mal so... Wenn man Kinder hat, muss man halt irgendwie zurückstecken mit dem Alkohol. Davor ist es in Ordnung. Ja. Achso. Nein, Alkohol ist schlecht, Leute. Trinkt kein Alkohol. Plus 18 reinmachen. Direkt. Der Stream ist... 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 Nee, nee, der Stream ist nicht ab 18. Oha, und... Und du ridust solche Themen. Nee, nee. Ich hab ja gerade gesagt. Das ist ja noch dezent. Das ist ja noch dezent. Sollachen wir nicht... Nicht darüber reden, was du angestellt hast unter Alkohol. Nein. Was? Nicht nur. Ey, die Leute denken... Weiß ich noch was. Ich trink halt echt wenig Alkohol. Und wenn dann halt sehr viel. Und dann eskaliert das halt auch. Das Ende dann scheiße. Also ich fand's lustig. War richtig. Das Ende ist auch seit kalten Fliesern. Ja, ich fand's halt... Also ich weiß jetzt, was zu Gouda passt. Ich fand's scheiße, weil, wie gesagt, irgendwie war der Abend für mich sehr schnell vorbei. Und ich hätte echt gern noch mit euch allen mehr Zeit verbracht. Das kann man ja immer noch wiederholen an einem anderen. Bis. Das ist... Hä? Nein. Hä? Nicht schüß. Bei mir hat's doch getroffen. Bei mir hat's getroffen. Genau. Digga, Nintendo Online. Och nö. In der letzten Runde nochmal schön gegen eine Bombe und Achter statt Zweiter. Ey, Trockens. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Scheiße. Wer wie Punkt, Punkt ist immer noch besser. Nee. Ja, das ist egal. Ihr habt einfach schon... Ja, das ist egal. Wieso bin ich denn Platz 1 in Team Rot? Was ist denn bei euch? Ich hab eigentlich Hände gemacht. Hey. Hey. Das ist aber nichts, worauf man stolz sein sollte. Das ist richtig. Ich glaube, das ist jetzt schon die letzte Runde und dann machen wir einfach 6 oder so. Sind wir jetzt schon ein bisschen voller. Wie viele Leute sind wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was ist denn da für ein Schädel? Was ist denn da für ein Schädel? Neun. Wir sind ja neun. Kommt hin. Wir können zählen. Ja. Wieso ist denn der auf dem Kopf, der Schädel? Was ist denn da passiert? Einfach falsch rum. Einfach falsch rum. Einfach falsch rum, was aus dem Uwu rausgekommen war. Was? Tot. Boah. Der ist einfach tot. Hau ich mir schon. Uwu ist dabei. Ich bin hier relativ bei den Armen. Lass mich er mal. Also alle Inklinge hier auf dem Bike sind jetzt tot. Die sind nämlich wasserwässlich. Schwetisch. Aber wir haben keinen Inkling dabei. Wir haben keinen Inkling dabei. Schade. Schade. Ich stehe so oft tot. Man mag die Geräusche vom Inkling nicht. Wuhu. Wuhu. Ja. Ich weiß nicht. Man macht immer besonderer Geräusche, wenn er springt oder so. Echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Weiß ich gar nicht. Echt? Jeder Charakter macht Geräusche fest. Ich weiß. Aber der Inklinge so ganz komisch. Oh so ganz komisch. Oh das muss ich aber. Ja. Muss ich mich mal anschauen. Komisch und ganz komisch. Aber ein Eklig ist relativ leicht ne. Also kein schwerer Kater. Ich glaube. Was? Wieso habe ich den Sprung nicht geschafft? Wie? Ja was wie? Was für ein Betrug. Eee. 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 Oh jetzt ist Broken vor mir. Ja. Niklas. Die darf nicht vor dir sein. Niklas. Die ist genau hinter dir. Achtung. Ja ja. Die rammt dir gleich da irgendwas rein. Ja ja. Ich werde dich jetzt abschneiden. Oh schade. Aura fährt erstmal ein Bananen rein. Man kennt es. Nein. Okay tschüss war nett. Bei mir bist du eine Banane reingefahren. Ja bei mir aber nicht zum Glück. Ja das ist ja merkwürdig. Bei mir ist die Banane sogar verschwunden. Ich habe letzte Runde auch jemanden kurz vorm Ziel getroffen. Und ich kann fast gar nichts sehen. Erweitere dein Spielerlebnis. Digga mein Spielerlebnis ist so erweitert. Erweitere dein Spielerlebnis. Nein schade. Ihhh direkt hinter mir war ein Kugel Willi. Ah das war ich. Oh. Du bist ein Kugel Willi. Ihhh. Boah bin ich eh genau. Boah bin ich eh genau. So Uwu. Tschüss. Marcel herzlich willkommen. Haua ab. Haua ab. Ich bin 8er. 9er. Ich bin 10er. Und ich krieg nur scheiße. Das war mein Teamkollege. Wer ist denn da in eine Banane reingeheatet? Ja. Boah ok. Du musst wieder hinter mir. Das geht zwar nicht. Ne ne. Ich find das hier vorn eigentlich ganz schön. Ich muss. Komm. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Ich kann doch mein eigenes Teamkollege. Ich kann doch mein eigenes Teamkollege. Ich bin 10er. Hast du den Stern hinter dir gesehen? Hm. Ich bin 10er. Dieses verfluchte Dreckschwerber braucht einfach keinen Scale. Das ist das Schlimme. Das braucht keinen Scale. Das war ein hartes Scale-Duell vor der GamePro. nicht nurишь. Das war kein advanced Märchen am Ende. Ach ganz knapp verloren. 120 zu 170. Knapp? Ja. Knapp. das war durchaus knapp. Minky, wenn du mitspielen möchtest, komm rein. Oder möchtest du noch jemand mitspielen? Ich hau einmal gegen meinen Tisch, aber plötzlich hat der Tisch ne Delle. Schade. Was, der Tisch hat eine Delle? Warst du nicht die Person, die ein Loch hatte im Tisch? Ach ne, das war, das war, das war Blizzard. Der hatte ein Loch im Tisch. Karate Game hat sich willkommen. Der hat es ja gerade schon aus dem Fenster geworfen. Ja. Und bei irgendjemandem ist der Tisch doch eingestürzt nachts. Das war bei mir, das war bei mir. Ach, das war bei dir. Es hat einfach laut geknallt. Ich hab, ich hab, äh, ne, ich hab, also ich hab, also ich hab halt mein Regal, also mein... Moment, muss das Spiel wechseln, wir warten noch. Das geht. Und wenn ich da einmal raufschlage, doch runter. Oh, warte, ich hab ne Freundschaftsumfrage, ich werd die noch adden und dann... Das ist, das ist, das ist halt das Schlimme, ne? Geh gleich weiter. Und wie, hast du jetzt, hast du den Tisch repariert? Hast du einen neuen oder zockst du jetzt aufm Boden oder was passiert? Ja, ich zock, ich zock, ich zock aufm Boden. Ah, okay, Standard. Ich zock unterm Bett, also was, ne? Also, mich überrascht hier gar nichts mehr. Also, ich kann nicht, ich kann, ich kann nicht unter mein Bett, da pass ich nicht hin. Ja. Bin ich zu fett für. Bin ich zu fett für. Nee, bei mir ist es einfach nur so, da sind einfach Kartons und, äh, was weiß ich drunter. Wenn ich mich da jetzt so reinquetschen würde, dann wär's dunkel. Oh Gott. Oh. Aha. Ich hab's ein ganz tiefes Bett. Mach's ich nicht dunkel? Ja. Ah. Was für Kartons sind denn da, also was ist in dem Karton drin? In Kartons ist ne N64, die ich noch verkaufen möchte und ne Super Nintendo. Oha. Richtige Schätze sind da drin. Ja. Wie viel willst du dafür? Ja. Mach's dir so. Vielen Dank. Für dein Follow. Also, ich würd's nehmen. Ey, ich hab auch noch ne, 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 ne Super Nintendo. Und ne N64. Ne, ich hab die verkauft, glaub ich. Scheiße. Ich hab die N64, diese grüne, die so ein bisschen durchsicht. Oh ja, die hab ich auch. Und dann hab ich noch ne schwarze, aber die möchte ich behalten. Oha, du hast einfach zwei. Einfach zwei. Ja. Ich hab, ich hab nur drei, aber die eine hab ich verschenkt. So, wir sind jetzt acht Leute. Eins, zwei, drei, vier. Warte, du hast drei N64 gehabt? Ja, von, äh, von meinem Vater. Der hat das früher gesammelt. So, wir haben, wir sind zu acht. Kommt noch jemand? Nein, ist klar. Low Battery, schade, oder? Kann noch jemand von euch den Stream boosten? Äh, ich hab, ich hab, ich hab alle, alle, alle meine Punkte verloren. Äh, also, ich kann's versuchen. Ich kann's versuchen. Wir werden einfach immer weniger statt mehr. Ich bin gerade ins Streamrennen und direkt Mario Kart gekommen. Jetzt sind wir sieben Leute. Also, äh, wie viele Punkte fehlen jetzt noch zum Ding? Und herzlich willkommen Karate Gamer an der Stelle. Es fehlen jetzt noch 200. Ich bin im Übrigen auch hier im Chat, also, hallo. 700, du. Wie viele Leute? Habe ich gut reingeboostet, du. 700, äh, Brownies fehlen jetzt noch. 700, äh, ich kann auch 200. 290. Ja, da kann man das im Handy nicht machen. Ich finde das richtig schade. Ja, das ist voll doof. Echt nicht? Es geht, es geht auch nicht. Oh, Minky ist da. Und Karate Gamer, glaube ich. Ich hab, ich hab, ich hab einfach 200.000 Punkte. Oder bist du da, Karate Gamer? Bist du gejoinnt? Er ist im Talk. Was? Bist du im Spiel drin? Karate Gamer, Karate Gamer ist sogar im Talk. Also, wahrscheinlich würde auch In-Game sein. Ja, ich bin auch In-Game mit drin. Ah, okay, dann machen wir wieder. Der ist Uwo. Achso. Ja, ich bin Uwo. Dann machen wir jetzt Team 6 Rennen, oder? Oder wollt ihr alle gegen alle? Ja. Ich möchte alle gegen alle. Ich finde Team gut. Team ist doch super. Ja, überhaupt nicht. Da machen wir erstmal Team. Überhaupt nicht. Da blamiert man sich nicht so arg. Doch. Ja. Sechs gegen fünf. Also, 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 ich werde... Ja, hier. Etwas Nachsicht, bitte. Go easy on me. Ich hab das Spiel auf Englisch. Ich hab alles auf Englisch. Ach, sechs gegen fünf. Ein Platz ist noch frei, wenn einer mitspielen möchte. Alle gegen alle. Minky, da machen wir nächstes Mal alle gegen alle. Gewinne, gewinne, gewinne. Keine nie. In zwei Minuten ist die Herausforderung weg? Oh, ich hab gestern nicht gestreamt. Wir haben noch zwei Minuten Zeit, 200 Brownies reinzustecken. Danach ist ganz nichts Geld weg. Ihr müsst jetzt sofort alles reinpacken, was ihr könnt, Leute. 700. Meinst du? 700. Meinst du? 700. Scheiße. Gewinne, gewinne, gewinne. Keine nie. Ich hab gestern nicht gestreamt. Die, die Herausforderung geht immer nur zwei Tage. Ich hab das total verpasst. Gewinne, gewinne, gewinne. Immer noch keine nie. Kann irgendeiner noch was reintragen? Nein, ich hab... Nein, ich hab alle... Nein. Live-Chat. Irgendeiner. Ich müsste mal PC einmachen. Mach an. Du hast noch eine Minute. Ey, eine Minute noch. Eine Minute noch. Irgendeiner muss noch da sein. Hol da. Toda. Steckt 200 Punkte rein. Es sind noch wenige Sekunden. Oh nein. Oh mein, das ist doch kacke. Ganz ehrlich. Jetzt verkacken wir wegen... Oh, der Boost ist gestartet. Ey, in der letzten Sekunde hat Roundspark noch seine Dinger reingesteckt. Danke, Roundspark. Alter Schwede, der macht's aber auch echt spannend hier. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus. Und jetzt wird der Stream geboostet und wir werden nichts davon mitkriegen. Das ist richtig. Ja, hallo Pilze. Geil. So. Aura, du bist in meinem Team. Geil. Du fährst vor mir. Ich kann dich leider nicht abschießen. Erst Pokémon hast du gehört. Keine Ahnung. Das finde ich gut so. Aber Broken ist Team... Ey, du hast mich trotzdem... Ey, was... Ja, wenn du mal jetzt am Nadel reinfährst. Ist mein Team Blau oder was? Ich glaube, Broken ist Team Blau. Ich weiß nicht was. Ich bin auch Team Blau, ja. Also, ich bin rot, aber... Ah, dann bist du in meinem Team. Ich bin auch Team rot, also. Ja. Ich bin Trash. Ich bin Zweiter. Dusche jetzt. Hui. Zweiter ist noch in Ordnung. Ich bin Zweiter auch. Hui. Alter, was? Huuu. Der erste Platte. Da war geberammelt. Äääh. Blitz. Wer? Ekelhaft. Und jetzt kommen auch noch Computer, aber holt mich mit einem Willi, ne? So'n Ding ist das. So, jetzt bin ich Dritter. Mit einem Willi? Hm. Mit einem Willi. Mit einem Willi. Ja, genau. Ja, wow. Ja, genau. Wieso zu mir? Ah, nimmst du dir? Nicht zu mir. Wieso hast du diese Dreckshupe gemacht? Hallo. Oh, jetzt hat mich sogar Biden überholt. Du bist in mich reingefahren. Dafür kann ich nicht. Jo been on your heart. Einfach Mario Kart, Sophie Beiden. Okay. Digga, ein Bot ist dritter. Ein Bot. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Ja, mit einem Willi ist der dritter gewonnen. Ja, isser. Oh, irgendwann hat hier gerade richtig geleckt, ich hoffe nicht, dass es Benny war. Was denkst du denn? Oh nein, ich habe die Kurve nicht gekriegt. Vorm Ziel. Oh nein, nein. Und jetzt habe ich auch noch ein Maid abgeschossen. Das ist einfach so lächerlich. War das die Rache für die Banane? Ich habe Uwo abgeschossen. Warum schießt du mich ab? Damit habe ich nichts zu tun, Aura. Sorry, war nicht Absicht, Karate-Gamer. So, Community-Challenge hat geklappt, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Gerade so, war knapp. Aber ich sehe jetzt halt auch kein Ergebnis. So eventuell funktionieren können? Angeblich wird man durch 2018 mal vorgeschlagen oder so, keine Ahnung. Ja, man sieht nun nichts davon. Effekt, gar keiner, finde ich. Weltklasse, wie Max Meier. Also, könnte, also bringt eigentlich ungefähr gar nichts. Vielleicht. Trotzdem kann man das ja mal machen. Packt schon. Und trotzdem, Punktereiner, Bomben. Ja. Ich meine, wenn... Ich habe kein Bio gemacht. Rippi, Oli. Ich habe zwei Aufgaben gemacht und das einfach vergessen. Cool. Ich bin jetzt schon wieder in der Regenbogenstrecke. Ich bin letztes Mal schon so oft runtergefahren. Wie laut er war. Oh, das wird witzig. Was, 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 wieso laut? Ach, da wird wieder Hasch gegen die Menschheit entstehen. Ich hasse Hass. Der hackt, Alter. Es ist sehr geil, wenn man Fernseher ausgeht, während die Runde startet. Schon wieder Regenbogen. Das fühle ich so sehr, wirklich. Mach doch einfach den Energiesparmodus aus vom Fernseher, dass er nicht automatisch ausgeht. Fertig. Das habe ich auch gemacht. Nein, das Problem ist, bei mir im Haus haben wir alle, also da funktioniert die Fernbedingung für jeden Fernseher. Oh. Das heißt, wenn unten jemand den Fernseher auspacht, also unten der Fernseher nicht ausgeht, geht dafür meiner aus. Was? Was? Das ist ja schrecklich. Das ist nicht. Ja, wieso sind bei mir gerade alle rechts runtergefahren? Hier gibt es doch irgendwie Abkürzungen, die muss ich noch leeren, die müsst ihr mir irgendwann mal zeigen. Hier, da eine Abkürzung? Ja, und irgendwelche Kurven muss man doch links runterfahren, zweimal. Nein, 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 nein. Das ist auf der anderen. Nein, das ist auf der anderen. Das ist auf der anderen. Das ist auf der anderen. Achso. Achso, die Map hier haben wir noch gar nicht gefahren, ne? Okay. In deinem Team. Ja, ich weiß. Ich habe doch nichts gemacht. Doch. Du hast sie abgeschossen. Du hast ihn getötet. Ich habe nichts abgeschossen. Ich hatte einen Pilz. Ich hatte einen Pilz. Ja, du hast sie mit einem Pilz abgeschossen. So sieht es aus. Ja, da. Warum sind die Roten eigentlich fast alle hinten? Hä? Ich bin Dritter. Ja, richtig so. Ja, außer du. Ja, und der andere Rote ist Erster. Junge, ich bin Dritter von Rot. Hä? Ich bin Dritter von Rot. Guck mal, in Stream. Nein, ich. Hä? Du bist, du bist, keine Ahnung was. Okay, dann sind wir, dann sind wir, dann sind wir wohl beide Dritter. Ja, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ja, okay. Hä? Und, und ist sehr auf der zweiten Uhr. Wie brauche ich Dritter, komm mit rein, komm mit rein, komm mit rein, komm. Hä? Oh, wie bist du? Oh, Blushel, kein Job. Wie bin ich jetzt plötzlich 8er, obwohl ich gerade 4er war? Wie bin ich jetzt? Ja, frag ich mich gerade auch. Aha, okay. Ey, ich bin unterwegs, Toda, wie du bist unterwegs. Wissen. Ey, jetzt bin ich wieder plötzlich 6er, Polizos einüberholter. Also, ich bin Dritter. Wie? Wie? Ich bin 6er. Hä? Nee, Aura ist 6er. Ja, Aura ist 6er. Ja, die Scheiße. Hä? Wie bist du die ganze Zeit der gleiche Platz wie ich? Ey, das ist aber 4, an mir liegt es nicht, wir beide sind echt gut. Ja, ich bin, ich bin, ich bin mal nicht Garbage. Vor allem, ich war sogar vor dir im Ziel. Entweder lag die Lobby oder... Das ist doch schon wieder für eine geile Live-Übertragung. Ich habe das Gefühl, die Lobby laggt. Oder ihr spinnt alle ein bisschen. Ich, ich, ich mach mal kurz braun eben, kurz unsichtbar. Hä? Wie, du machst mich unsichtbar? Ja, hier, könnte... Wird die nachher auch mal angezeigt gleich? Oder nicht? Oder kommt die nicht durch? Wegen die ganzen Ebenen. Ach, fick dich doch. Ach so. Noob, noob, noob. Noob, 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 noob. Nee, ich bin Dritter geworden. So schlecht bin ich gar nicht. Sag ich jetzt mal. Ja. Du siehst genauso viel... Oh, wie schlecht ist der Mensch. Ich bin eigentlich 6er geworden. Oh, die Alpen. Ich habe keine Xbox. Ach, ey. Warum spielt denn jetzt ein Österreicher mit? Das bin immer noch ich. Nein, Quatsch. Oh, nee, ich mag die Zug-Map nicht. Och, mares Metro. Es gibt nur eine Map, die zu wenig ist. Ja gut, danke fürs Nichtstarten. Alles ist gut außer Baby-Kurs. Oder wie der heißt. Alles ist gut außer Baby-Kurs. Ich dachte, du sagst gerade was anderes. Ich war so, wow. Warte, warte, was dachtest du? Ach so, ich weiß, was ihr meint. Warte, 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 was meint sie? Was meint sie? Ich will es wissen. Ich will es auch wissen. Nein, also nichts Schlimmes, sondern nur so. Egal. Alles gut. Hä, was wollte sie sagen? Ich stehe gerade für schlau. Ich stehe da gerne nach. Ich verstehe es auch nicht. Ich auch nicht. Ich hoffe, ich verstehe weniger. Trump mit WTF. Wer hat sich bitte Biden und wer hat sich Trump genannt? Ich glaube, es ist beides die gleiche Person. Oh, fuck. Oh, fuck. Egal, wie viel Ratchet soll noch angezeigt werden. Ja, Mann. Minkstunden. Wahrscheinlich denken Sie, haben wir jetzt gleich wieder denselben Platz. Ach nein, erst mal direkt einen Zug überfahren. Du hast einen Zug überfahren? Du hast einen Zug überfahren? Irgendwie schon. What? Ich würde mir Sorgen machen. Was hast du für ein Ding? Hätt. Ein großes. Ja, gut. So. Ich kann einen Zug überfahren. Das reicht mir schon. Oh, rech. Ich will nicht mehr fragen, warum ein Bot vor dir ist. Äh, wenn du Aura-Knock als Bot bezahlst, das Zeichen ist dann ja. Nein, ein wenig. Oh, krass. Der Bot war keine von dir. Aua. Also, ich weiß... Also, ich weiß, dass ich manchmal komisch fahre, aber so komisch doch nun. Oh, broken. Bam. Nein, geh weg, was ist? Nein. Ja, super. Warum bin ich da schon Erster? Nein, aber... Du bist leider blau-broken, deswegen. Nein. Ach, Mann. Was bin ich? Sei nicht blau. So, jetzt bin ich blau. Ach, sei nicht blau. Wer ist Erster? Team Rot oder Blau? Ich? Rot. Perfekt. Was? Wie hat mich da jetzt ein roter Panzer getroffen? Nein, Hulda, du bist in meinem Team. Geh weg. Ach, Hulda. Rauni. Ja. Jetzt hat mich noch einer überholt. Ja, genau. Was ist denn jetzt los? Hoffentlich war das trotzdem Team Rot. Oh, nein. Nein, Niklas hat mich noch überholt. Ich war das nicht Hulda, ich weiß, dass du es nicht warst. Ich war genau hinter dir, hatte Angst, weil du drei Grüne hattest. Dann bin ich zur Seite gefahren und dann hat mich einfach Niklas überholt. Oh, unentschieden. Bim Bam. Unentschieden? Oh, jetzt wird es aber richtig knapp. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Oh, ein Spieler mit zwei Händen. Dieser Druck. Protomaster HD. Dieser Weg wird kein leichter sein. So, heute erst mal das neue Mario-Spiel vorbestellt. Ähm, Super Mario, Freddy, Bowser's Fugel. Ja, das soll wohl online gehen. Frage ist nur was. Ja, online. Und der online muss doch sehr gut sein. Kippo. Wenn er genauso wird wie ein Mario Maker, werde ich ihn nicht spielen. Ja, same. Same. Äh, same. Ich werde ihn spielen. Ich hoffe mal, dass es gut wird, aber es gab ja auch ein Video schon mal davon. Vor allem Mario Kart-Lobbys sind gefühlt 10.000 Mal besser als Mario Maker-Lobbys. Kommt doch an, mit wem du spielst. Also, wenn du mit jemandem spielst, der irgendwie kein Internet hat, dann solltest du die Finger davon lassen. Genau. Ah, das finde ich bei Mario Kart... Bei Mario Maker liegt es aber auch so eigentlich, je höher der Rang bei dir ist, desto weniger Leute mit Lack sind. Ja, also, ich sag mal so, Mario Kart und Splatoon sind absolut gut spielbar. Auch wenn es laggt, merkt man halt nichts von. Ja. Wird halt einfach vertuscht. Wobei, wobei Splatoon merkt man das. Bei Splatoon merkt man das sehr, sehr, sehr gut. Bei Mario Kart auch. Also... Teilweise werden hier... Passiert... Also, bei Mario Kart passiert auf seinem eigenen Bildschirm andere Sachen als bei anderen. Ja. Bei mir ist halt Aura über so ein Ding gefahren. Über eine Banane. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ja, wir waren ja auch plötzlich auf einmal jeder gleicher Platz. Genau. Bei Splatoon stirbt man manchmal, wenn man irgendwie den anderen schon tot gemacht hat und so. Das sind halt diese Mini-Lacks. Ja, das ist mir auch schon... Aber ich find das trotzdem noch besser als wie bei Mario Maker oder bei Smash Bros, wo einfach das ganze Bild stehen bleibt. Ja. Das ist einfach... Also, bei Splatoon ist halt ein Unterschied zwischen Tod, das Gegner ist und Tod für eine selber drei Sekunden. Das ist halt das, wie ihr... Ja, genau. Nee, aber ich find Splatoon aber trotzdem ganz gut. Ich mein, manchmal gibt's so Datenübertragung Kacke, aber trotzdem. Ja, das ist auch in Mario Kart also. Ja, aber stell dir mal vor, hier in Mario Kart würde das Spiel stehen bleiben wie bei Smash. Das würde keiner spielen. Oh, das wäre so geschweckig. Oh, Blushay. Ja. Ja, doch. Wahrscheinlich in privaten Loggys, wo jeder gutes WLAN hat. Ja, gut. Stimmt. Ich weiß noch, wie der wieder bei Controller. Freude. Nein, oh, Kacke. Und herzlich willkommen, Idillara und Saddest Kitty. Wie kann es sein, dass jemand hinter mir ist, aber bei mir zwölfter angezeigt wird? Hä? 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 Also ich bin Sechster, soviel stehen fest. Thornton, was ein Teamspiel hier. Ja, Mann, ich möchte aus vorne sein. Halt, Raul. Oh, da ist jemand. Nein, kann man. Aua. Ich mein, das ernsthaft, aber war echt ein gutes Team-Display. Du hast den roten geschossen und ich hab dann den... Super. Ja, cool. Ah, ich mag jetzt. Zitat, Teamplay. Zitat. Ich bin in deinem Fallzeit gefahren. Donk. Oh, nein. Ich bin in deinem Fallzeit gefahren. Ach, aber alle sind rot, außer Min Min. Äh, Min Min, 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 Min Kyung. Min Ki. Ich hab keinen Abstand, den ich hab zu euch. Ich hab keinen Abstand, den ich hab zu euch. Ja, genau. Oh, nein. Äh, Sechster. Sechster. Äh, ich, ich war Zweiter. Du warst Zweiter. Du warst Zweiter. Du warst Zweiter. Ja, tut mich doch nicht. Tut mich doch nicht. Guck mal, Porken, wo ich war. Ich war Zweiter. Oh, jetzt wird's knapp. Oh, was? Schon wieder Gleichstand. Oh, was? Oh, nein. Wie? Wie schaffen wir das? Das sind einfach perfekte Teams hier. Nein. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt die letzte Runde oder die vorletzte? Keine Ahnung. Sehen wir gleich. Die letzte oder die vorletzte, glaub ich. Oh, yes. Was passiert eigentlich, wenn zum Schluss Gleichstand ist? Dann ist, dann ist Unentschieden. Ja, er schießt uns alle gegenseitig. Nein, dann passiert einfach gar nichts, oder was? Einfach Ende. Das wär das lustigste Ende ever. Ja, eigentlich schon. Boah, ist immer voll das Finale bei der Finale. Ja, eigentlich schon. Boah, ist immer voll das Finale bei der Finale. Es kommt auch noch um. Wenn es Unentschieden steht. Gar keiner. Gar keiner. Na super. Gar keiner. Aber ne. Ist immer voll das Finale wär so. Ja, man. Ja, man. Wenn man so auf andere Strecken runter muss. Oh, okay. Das kann aber vielleicht ja auch sein, dass das... Ich kann die Abkürzung nicht, die muss ich noch lernen. Die geht auch nur auf 200. Merkel spielt mit, auf jeden Fall. Und Shocking Shadow und Lil Darp, herzlich willkommen. Die geht auch von der Pustel. Merkel macht mit, wo du da runter springst. Ne, warte, hier. Ich dachte, das war auch... In irgendeiner Regenbogen-Map kann man auch links runter zweimal. Ja. Das ist dann die andere. Ja. Ach, ach, der Schocker. Bist du am Gewinn mit deinem Team, äh, Francine. Wir haben jetzt zwei Runden exakt die gleiche Punktzahl. Ja, toller Win, ne? Oh, scheiße. Also gerade steht es 160 zu 160. Ja, at the moment ist knapp. Ich hab dich nicht berührt. Ich hab dich nur überholt. Oh, ich krieg die Kurbel nicht. Ich hab dich nur überholt. Ich hab dich nur überholt. War Hulda nicht vorhin noch Team Blau? Kann man durch Disconnect sein Team wechseln? Ja. Geil. Kann man, aber ich... Es geht. Es geht. Ja. Ich mein Team Blau letzte Runde. Ah, ach, scheiße. Ich bin grad komplett falsch unter der Runde. War man denn wieder in der Reihe an? Oh nein. Ich hätte runterspringen können. Ich hab's gesehen. Wenn die Reihe gar nicht roter ist. Ey, Hulda oder Broken oder 4 oder alle 3. Ich bin zu dumm, ich bin zu dumm wie ich. Ihr müsst mir unbedingt die ganzen Abkürzungen noch mal vom Tunnel zeigen. Ich hab's auch in den Ernst. 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 Habe ich euch grad abgeschossen oder was ist mein Ernst? Das ist grad mit nem Feuerball. Warum ist denn der Rote an uns vorbei? Oh shit, sorry. Ich war Zweiter und bin ins Achter. Oh nein, ich bin Dritter. Ja, wow. Dann wär ich Zweiter und nur Dritter gewesen. Das war keine Absicht. Wer ist Erster? Welche Farbe? Ich. Rot ist Erster. Rot ist Zweiter. Ja, aber ich bin ins Siebter. Sorry. Oh, das war knapp mit deinem... Kommst du da hinten. Ich bin noch ausgewichen. Ich bin nett. Super, wenn Teammates dann abschießen. Geil. Ja, Brauni. Geil. Ey, ja, das... Wer hat mich da... Ja, genau. Was? Was, was? Zwei blaue haben uns noch überholt. Ja. Ich bin jetzt einfach Fünfter geworden. Alter, ich muss sie begrünen. Wir waren grad erst der Zweiter Dritte. Bei Link dort mit drei blauen Pa... Bei Link? Schau dir das an. Nice Frodo. Bei Link dort kam mit seinen... Ja. Ja, wie gesagt... Ja, wie gesagt... Broken Master und... Broken Master... Broken Master... Und jetzt hat uns jetzt den Sieg gekostet. Nein! Beistand! Was? Seit drei Runden! Was? Aber auch nur, weil wir die letzten beiden Runden... Äh, die letzten Sekunden da... Die den Platz verloren haben. Ich und Aura. Aura und ich. Ja. Ja, ihr flirrt doch gut rein. Okay, also... Aber dafür... Nein... Ich verwirre, weil... Wollte wissen... Wir entscheiden das auf... dieser Strecke hier. Nicht Babypack. Nein! Warum nicht... Warum nicht, warum es echt auf die Lade ist, so funktioniert. Wie eine Runde umgeziehen. Bitte keine Goldmine. Bitte keine Goldmine. Bitte keine Goldmine. Keine Goldmine. Bitte meine. Doch. Goldmine. Goldmine. Hä, Goldmine ist toll? Ja! Traumata. Ich möchte die Goldmine. Was soll'n das? Ja, ja... Jetzt haben wir Traumata. Die sind alle froh, dass es nicht... Goldmine ist. Schön von der... Wie die Goldmine. Die ist doch geil. Ja, ist wirklich so. Was soll'n' das? Jetzt soll Team Klaus sich in... Blau anstrengen. Ja, nee. Nee, Rot muss dich jetzt anstrengen. Nee, Team Rot kann ruhig schön hinten bleiben. Rot kann unser Auspuff fressen. Oh! Ja, ihr... Ihr frisstet drei Rotten Meilen, aber auch gut. Oh, wie toll. Oh, schmeckt gut, oder? Toxic. To... Toxic! Ja, Toxic. Fühl' ich. Alter! Ist ja nicht so als... Oh! Wer mit... Wer mit... Wer mit so abschließt? Ich nicht. Warum hab ich grad das... Keine Ahnung. Das leckt doch irgendwie, oder? Ganz ehrlich, das leckt doch. Ja, mal geht Rote vorbei einfach. Das leckt doch nicht. Das ist ja ganz komisch hier bei mir. Manche Rote gehen vorbei, weil wir vom Teammate sind. Manche Rote von mir gehen in andere Rote rein. Oh, oh, oh. Ja, natürlich. Ganz komische Sache. Weil die dieselbe Strecke fahren. Oh, verdammt. Die fahren einfach dieselbe Strecke. Alter, und Uwo beamt sich hier durch die Gegend. Die gehen halt immer in die Mitte rein. Oh, was? Und Broken auch. Die ist auf einmal vor mir wieder. Heather? Ja, weil ich gut bin. Ja, Broken ist einfach gut. Hä? Ja, die ist nicht vor. Ja, ich bin Dritter. Stonk. Stonks. Alter, hier. Nein! 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 Doch. Verdient. Oh, jetzt kommt ein Willi. Egal was. Glück gehabt. Oh nein, ich hab Trump abgeschossen. Geschossen. Mein Deutsch. Abgeschießen? Abgeschießen. Oh. Oh, richtig Lust. Jetzt kommt die wichtige Runde und alles Lust. Ja. Ihr losst rein. Ich halt nicht, ne? Hä? Benni hat einen Willi. Benni hat einen Willi? Kann es sein, dass wenn mich zwei Leute überrascht, wenn ich vierter bin? Nein, du bist in meine Kanone rein. Äh, in meine grüne. Loll. In deinen Willi-Aff. Sorry, dass ich hinten keine Augen habe. Achtung. Oh, nice. Ja, ja, ja. Los rüber da! Ja! Los! Holt euch die Plätze. Jo, ich hol sie mir. Ich fahr Niklas vorbei. Nein! Wand! Junge, da ist der denn mit dem Stern. Ich bin im Ziel. Los, 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 los. Gas, Gas, Gas. Mit dem Willi. Krass. Also ich schaff definitiv. Hulda macht, Hulda schießt mich noch dreimal ab mit einem roten. Nach hinten. Das war ich nicht. Das war der zweite. Der hätt sie auch nach hinten gehofen und hätt mich was getroffen. Ich lache jetzt, wenn es wieder Gleichstand steht. Rot hat gewonnen. Definitiv. Wenn es gleich wieder Gleichstand steht. Nein, 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 geht nicht. Keine Ahnung, also ich habe mich opfern müssen. Doch, das geht. Oh nein. Doch, das geht noch. Ey, hör auf jetzt. Oh nein. Ich bin Dritte an der Gesamtwertung. Oh nein. Hör auf jetzt. Ich bin Erster an der Gesamtwertung. Ja, wir haben gewonnen! Jetzt geht's! Yes! Ja! 4 Punkte. Hyper Carry. Hä? Das war mein Blitz. Hyper Carry 434. Habe ich dich eigentlich mit dem Stern getroffen oder bin ich knapp an dir vorbeigefahren? Hyper Carry. Wem? Ja, hast du schon fünfmal gesagt. Ja, hab ich auch. Ja. Weil ich einfach gut bin. Eigenlob stinkt. Das ist richtig. Ist halt wirklich so. Ist halt wirklich so. Ich liebe Arrogan. Ich glaube, ich wechsle mal mein Auto. So, jetzt ohne Teams eine Runde mal? Ja. Ja. Teams sind besser. Das müssen wir üben für das Turnier. Nein, ohne Teams. Wir sollten üben nicht uns gehen abzuschießen. Dann machen wir jetzt eine Runde ohne Teams und danach wieder mit Teams. Oh ja. Ihr könnt gerne reinkommen. Es sind noch Plätze frei. Spoiler besser ist es. Wenn irgendeiner mitspielen möchte. Mal keine Teams. Muss ich mir nicht drauf machen, wenn ich abknalle. Ich treffe eh nicht. Weil ich scheiße bin. Ich treffe eh nicht. Ich hab jetzt nicht aufgepasst. Machen wir jetzt alle gegen alle oder Teams? Machen wir alle gegen alle. Weil... Ist halt besser. Ja, ein bisschen wechseln und so. Ein bisschen wechseln? Dann kann ich ja jetzt Erster werden. Ja. Wobei... Nein. Aber erst ja sagen also. Oh nein. Erstmal zwei Sekunden schalten. Och oi. Ach komm. Es geht super los. Ach der Scheiß. Juhu. Babypark. Ich sehe mich auf Platz 9. Das ist gefühlt die größte Lotteriemap, die es gibt. Och. Wer hat das gewählt? Äh. Beiden. Beiden. Wann ist raus? Beiden. Oh meh. Auf der Map entscheidet eigentlich nur das Glück mehr nicht. Ja. Das ist purer Skill hier. Und ich mache auch noch einen Fehlstart. Ja das geilste ist eh diese Map. 50 CCM ohne Items. Jaaaa. Einmal sie mal im Kreis fahren. Das wäre so. Jaaaa. Ich würde es fühlen. Du merkst so, dass Runde 4 wieder auf dem schwer werden. Get dragged 4. Beiden 4. Fangen. 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 Nerven werfen. Aua. Fangen Leute. Nerven werfen. Meine Panzer regnen überall. Aua. Ja. Ich habe meine Hand auf über dich geregnet. Runde 4 already. Oh no. Das war knapp. Es sind noch 3 Plätze frei, wenn ihr joinen wollt. Vollpilz auf der Map. Ich gebe euch ein Tutorial wie ihr gut eine Runde wirft. Nein. Seid einfach scheiße. Ich bin in eine Banane gekommen. Ah nein. Ja genau. Äh. Wer hat den Drecks... Och wer schießt denn hier mit Feuer nach hinten? Ja. Ich wurde es. Ich habe mich selbst abgeschossen. So tschüss. Ich bin letzter. Sag mir jetzt nicht, dass der Bot wirklich der erste ist. Ich glaube schon. Nein. Was soll denn das? Eigentlich sind jetzt schon die nächsten 6 Runden versaut. Nein. Ich wollte gerade stehen bleiben, weil ich dachte, es war vorbei. Ich bin zu stressig. Aua. Nicht möglich. Das gibt es doch nicht. Wow. Oh Gott. Trittig. Geil. Ich bin der Scheiße auf der Map. Jeannal, herzlich willkommen. Es wird wild. Ich finde es schön, dass beiden diese Map genommen haben. Aber der letzte wäre doch. Was? Er ist letzter geworden? Er ist letzter von uns. Sehr gut. Oh. Ja. Ich weiß nicht, wer beiden ist, aber tolle Map-Wahl. Mustafa-Pokémon. Das ist Trump? Das ist Trump? Äh, Biden meine ich? Ja. Der ist alles. Biden, Trump und Merkel. Marte! Ich dachte, das wäre immer Daniel. Nee. Nein. Nein. Der spielt auch nie mitgefühlt. Ich glaube, Daniel war immer Peter Griffin. Der ist Peter Griffin. Genau. Und ich dachte, er wäre Merkel und Biden und Trump. Und dann war ich so, wo? Nein. Dachte ich auch. Aber nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe mich gerade gefreut, dass nicht die Regenbogen-Map oben wird. Aber ich habe mich gefragt, wer jetzt ist... Was kommt beim Zufall in die Regenbogen-Map? Weil der... Weil der... Weil der... Weil der Map hier klingt, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Pokémon ist dann einfach schon 15 Punkte, ich habe fünf. Ich habe zwölf. Ich bin ja auch erster geworden. Ich kann jetzt schon nicht mehr... Ich kann jetzt schon raus. Kannst... Kannst du jetzt schon mal kommen? Okay, schön. Hier werde ich wahrscheinlich verlieren. Das ist die Regenbogen-Strecke mit den Abkürzungen. Die muss ich lernen. Ich kann... Jetzt hier links raus, oder? Nein, 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 nein. Das ist nicht fertig. 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 Aber an zwei Stellen geht das. An zwei Stellen geht das. Ja, nein, aber beide sind ganz am Ende. Beide sind ganz am Ende. Ach, da bin ich auf der Karte, wo dieses Geschnörkelte kommt. Du kommst schon zu so einem Donkey Kong passen. Das geht nicht in so einen anderen Raum. Ich habe keine Ahnung, Mann. Das endet den anderen Raum. Jetzt gleich, ne? Aber hier. Wo ich glaube ich bin. Hier. Oh, ich habe es geschafft. Nice. Und hier nochmal, oder? Oh, ich bin runtergefallen. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, dass es zweimal geht. Wo soll das zweite Mal gehen? Direkt danach nochmal. Also du kannst einfach gerade durchfahren. Ja, genau. Gib mir Flitze. Gib mir Flitze. Ähm, hier du musst links auffahren. Genau, du kannst links einmal einfach gerade durchfahren. Du musst nicht eine Kurve fahren. Oh oh. Ne, es kommt noch an, wo du auffährst, Bonnie. Wenn du rechts auffährst, bist du auf der unteren Seite. Nee. Achso, nee. Du musst links auffahren. Ja, das habe ich... Wenn du links auffährst, kannst du einfach gerade durchfahren. Oh, das ist eine Kurve. Oh, das ist eine Kurve. Genau. Setz mich ja am Ende hin. Wenn du dir rechts gönnst, also... Nee. Ah, jetzt... Nee, links musst du dir gönnen. Ja, links... Du musst links gönnen und dann kannst du zweimal links gerade durchfahren. Ja. Ja, links straight runter und dann... Nein! Und hier kannst du nochmal, aber das trau ich mir gerade nicht. Och, ihr seid ja witzig, ne? Jetzt kommen die Blue Shell. Ja, verdient. Ja, nice. Gönn ich mir. Ja, okay. Ist das ein Bot als weiter? Kannst du mir auch geben? Ja, also... Also, ich glaube, der Bot ist beim Erster. Ja, genau. Oder? Ist das ein Bot? Kennst du Star Wars Battlefront 2? Ja, kenn ich. Das war doch kostenlos, ne? Bei Epic Games. Jep. Ja. Ich hab dich... Ich hab dich... Ich hab dich... Ich hab dich geholt. Wieso sind grad zwei Red Shells an mir vorbei? Ich bin... Das ist kein Team. Aua. Ja, mir auch. Ganz komische Sachen. Ich krieg ja auch nichts mehr. Ich krieg ja auch nichts mehr. Oh, ich hab drei Red Shells. Wer ist denn hier? Haha. Oh, ich bin Erster. Ja, okay. Okay. Ja, genau. Danke. Danke schön da. Oh, du schön. Oh fuck. Wie war das jetzt hier runter? Wo geht denn das da runter? Ich versteh die zweite Abkützung nicht. Zucka, magst du nicht? Warum soll ich dich nicht mögen? Ich hab's ja nicht verstanden. Zucka. 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 Gut mehr wollten wir auch nicht sagen. Viel Spaß noch beim Spieln. Alles klar, tschüss. Okay, tschau. Zucka. Zucka. Ich hab dieser Typ auffall. Er ist zu los. Auf einer Stufe von eins bis RTL. Wie sehr habt ihr Bock? Gar kein richtig. Äh, Ja. Ja, gut. Ja, ist richtig angenehm. Sugar war lustig. Tolle Tük. Nö, das war knapp, oh. Oh, ich muss mich immer kaufen. Gibt doch mal Gas jetzt. vier pilze ist das wahre und nein und hat mir ein item geklaut wer schießt denn hier mit roten aber findest du auch dass baby bei einer kerze schmeckt du musst den kerzen wachs so ich bin so lustig ha 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 es gibt wirklich leute die das wirklich tun den baby bell wenn er noch mit wachs die packen halt das plastik aus und dann essen sie das halt weil sie nicht wissen dass da noch mal eine fab also dass da zwei verpackungen drin sind es gibt sogar leute die nehmen die tiefkühlpizza aus der pappverpackung und packen die so in den ofen rein mit der folie mit der plastik folie und die schmilzt dann einfach so reihe das ist auch roma ist bestimmt schmackhaft so was denn das abfeldprodukt von verbrannten plastik ich glaube ich glaube kohlenmonoxid oder so das kann glaube ich vieles sein es gibt so viele plastiksorten die menschen einfach kohlenmonoxid aromen schmackhaft schlucker folgt mir und matsnignofan warte wer hat gesagt wir sollen ins bett meine mama deine mama die geht jetzt deine mutter geht jetzt ins bett die muss sich bei dir abmelden oder was das so du meinst die lukapizza sollte dein lebensmoto sein meine meine ich gehe jetzt ins bett halt die fresse nur halt die fresse schmackhaft noram herzlich willkommen sie sagt nicht gut genug sie sagen halt die fresse schmackhaft 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 zurück zum zurück zum spiel ich glaube das wird es drüber machen schmackhaft 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 technofan vielen lieben dank für dein follow so ich weiß nicht welches technofan links ist die abkürzung die nehme ich sonst nie aber ihr scheinbar alle auch nicht ist das gar keine abkürzung doch es gibt rechts mehr items da gibt es eine doppelitembox und die will hier die kriegt nur einer oder auch rasch eingeholt fühle ich mal so gar nicht sorry ich fühle gerade die blusche es sind übrigens noch drei oder vier plätze inzwischen wieder frei geworden wenn ihr lust habt könnt ihr gerne join noram oder shocking oder wer auch immer alles noch da ja ich wurde gerade rausgekickt also oh noo nein ich hab dir super aufgefallen ja danke frauni was ich hab gar nichts getan ich bin vorbeigefangen das wäre meine box gewesen achso ich hab dir die box stirb vier ok so jeder will die doppelitems ich nicht aber ne oh nein was war das denn ich hatte ein stern ich hatte ein stern ich hätte ihn nur noch nehmen müssen aber egal es sieht legit danke mal oh nick lass das einfach vor mir jetzt ich bin auf vier groß geworden ne deine arme junge wow warte mal warte 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 Früher hatte man noch große CDs in der Hand, jetzt hat man nur noch so kleine Plastik-Klumpen. Die einfach nach Scheiße schmecken. Ne, die schmecken... was? Die schmecken so bitter. Ja, aber deine Scheiße schmeckt definitiv nicht bitter. Nein, nein, nein. Das bist du krank. Nicht gut schmecken. Woher willst du wissen, wie deine Scheiße schmeckt? Ich weiß es nicht. Es hat aber Gründe, warum das so bitter ist. Das haben die mit Absicht gemacht, damit die kleinen Kinder die Cartridges nicht essen. Ja. Jeder von euch muss da mal dran geleckt haben. Ich hab schon mal meine Cartridge geleckt und ich muss dir sagen, das ist furchtbar. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, die Erfahrung zu machen. Aber ihr dürft nicht hier auf die Kontakte lecken, sondern ihr müsst hier oben lecken, auf das Plastik. Genau. Mach das mal wirklich. Mach das mal. Halt mal die Zunge da ran. Ja. Ja. Mach das mal. So schön mal kurz an Oddis hier lecken oder so. Mach das mal. Das muss jeder von euch mal gemacht haben. Ich hab ein Glas Wasser bereit, um das alles wieder auszuspucken. Boah. 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 Hast du das gerade gemacht, Ora? Der Geschmack bleibt. Äh. Ich glaub, die benutzen Denatonium-Binstruat oder so, ne? Ich weiß nicht. Ja, kann sein. Ich glaub, das ist das Bitterste, was es gibt. Ich glaub, das ist tatsächlich das, ja. Geil. Oh, Sugar ist zurück. Oh lord. Ich hab, ich hab nur jemanden das abkotzen sehen. Na Sugar? Das war enjoyable. Ja. Das letzte Rennen oder? Was? Fünfte Rennen. Vorletzte. Na fünfte. So tief. Ich mag die alten Strecken lieber. Ja. Stimmt. Was für Alpenstrecken. Alter. Alpenstrecken. Alpenstrecken. Ich hab viel zu, ich hab viel zu wenig Zuschauer, ich hab im Schnitt nur so 17, 10 Zuschauer. Ja. Und die brauchen wir 75? Man braucht... Also wäre es normalerweise auch legit, wenn wir Cards Against Humanity Stream spielen? Nein. Man wird dann trotzdem... Man wird dann erst recht gebannt, auch als Nicht-Partner. Nein, Gronkh hat das schon öfters gemacht. Auf YouTube, ja. Ja. Auf YouTube ist es erlaubt, auf Twitch ist es nicht erlaubt, glaub ich. Nein. Beziehungsweise Twitch ist da strenger. Alter. Auf Twitch ist das Spiel glaub ich nicht gebannt, aber... Du hast nicht gebannt, das Game. Ja, aber... Aber Thorsten, schön. Muss nicht sein. Privat ist das in Ordnung? Man, Broken ist mein schönes Geschenk abgeliehen. Also Twitch sind sehr sympathisch, hab ich glaub ich gesagt was. Ja, tu mir leid, mir ein Geschenk mochte ich zurzeit leider grad nicht. Ja, ein Geschenk, ein Gausch, ob ich... Wenn du's aber so, wenn du's aber so vorbeischießen könntest an mir, würde ich das echt annehmen. Ey. Ekel. Ja, danke. So. Donk. Aua. Einer im Bam. Ey Broken, hast du erst auf die Einserbox gewonnen? Oh Gott, da kommt schon wieder ein Willi. Ja, weil ich schon ein Item hatte. Oh, du wirst mir das Item gönnen. Oh, wie süß. Da wirst du sterben. Hä, natürlich. Nein, ich will... Hallo, ey. Wait a minute. Hold on. Oh nein, bitte nicht. Bitte hör auf, ich will das nicht. Ich will das nicht. Du willst das. Nein. Du willst das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Oh. Ein Item hat mich in der Luft zerfetzt. Es gibt ja noch ne Runde. Ja. Ja. Da hat Broken schon gedacht, sie wär am Ziel. Ja. Far Broken. Hä? Ich bin Vierter. Da kommt was Blaues. Oh, da kommt was Blaues. Oh. Dieser Green Shell. Die Blaue nicht auf die grüne Strecke verunterschaut. Voll auf die Uwo. Nein. Hallo. Was soll das denn jetzt? Warum voll auf die Uwo? Keine Ahnung. Aber Uwo klingt so mädchenhaft. Enttäuscht. Das ist ein Blitz. Ja genau. Ich hatte das erste Mal seit Jahren einen Blitz in Mario Kart. Voll auf den Uwo. Besser. Sorry. So ein schönes Uwo ein Smiley ist. Ja. Was? Oh, dritter, dritter, dritter. Ja. Ist in Ordnung. Dritter ist so voll in Ordnung. Oh, der Screamboost ist so 25% abgeschlossen. Ja, wir wollen Nintendo Countries ablöschen. Ja. Okay. Aber übernehme ich mit einem Punkt die Führung. Du schaffst das noch. Komm, 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 komm. Nein, ich glaub nicht. Um echt zu sein, glaub ich wirklich nicht. Ja, du schaffst das noch. Ich glaub an dich. Weil der, der Pony ist das echt gut. Fürstet das Ding. Ich glaub an dich. Digga, ich bin trashig. Guck grad rein. Das ist auch cool. Und letzte Runde hast du noch gesagt, du wärst Hypercarry. Ja, also letzte Runde war ich auch Hypercarry. Aber in dieser Runde bin ich einfach nur trash. Ja, du bist halt ein Teammate. Wer von euch macht ständig diese Regenbogenstrecke rein? Ich. Weil die gut ist. Sugar. Nein. Die ist nicht gut. Ich oute mich damit. Alles besser als Babypark. Ich will diese Strecke dauern. Ich muss eben Ruhe meine Dings umfressen. Meine Cartridges. Ich schluck erst mal den Mario Kart. Nein. Und dann kommt so eine Strecke. Es kann aber auch gut sein, dass ich Mario Kart nicht bekomme. Ja komm. Die ist auch geil. Ja komm, die Strecke einfach ab. Du hast Mario Kart verschluckt. Kein Grund. Also ich lutsch die. Ich hab wirklich jede Karte abgelutscht. Zucker, ihr nicht. Hör auf, deine Karten zu lutschen. Spiel einfach nicht. Spiel einfach mit jetzt. Warum lutscht man seine Karten ab? Weil die lecker sind. Die sind lecker, okay? Ja, ach man. Direkt fehlstart. Der Brocken will einfach nur die Pilze ab. Mein Elf, was? Was? Puff Puff Dani, herzlich willkommen. Puff Puff. Das arme Ding. Puff Puff. Das ist das arme Kind in Ruhe. Schön, dass du hier bist. Oh, Brocken. Ich hab übrigens dieses Fifty One Games nicht gekauft. Fifty World Ride. Weil irgendwie... Irgendwie ist es mir doch ein bisschen zu teuer. Ich bin nur überlegen, ruhig mir das wohl. Lach da, Leute. Geile Strecke. Ich warte glaube ich noch bis es günstiger wird. Der Redshare war btw. Nein. Oh, wer ist denn... Genau, geh weg, geh weg, geh weg. Wer ist denn da gegen LKW gefahren? Ich. Fortnite. Ich. Ich wollte grad nen Joke bringen, aber den bring ich lieber nicht. Nein, bring ich nicht. Doch, sag. Nein, wir sind... Ich bin live auf Twitch. Äh. Dann gibt's einen Bann. Du bist auf Twitch. Böse. Benimmt euch bitte. Mir reicht's. Sonst kann ich das hier nicht mehr machen mit euch. Du kannst es nicht sagen, einfach. Toffi Toda und ich hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Würde sich lohnen. Ich, das glaube ich euch. Viel Spaß. Oha. Ich bin und überlegen euch, wie das ein Spiel ist. Ich hoffe noch nicht Spaß mit Worldwide Games. Ich auch nicht. Da gibt's halt... Da gibt's halt echt wenig Spiele, die Spaß machen. 51 Worldwide Games, einfach der deutsche Boss. Und? Der Großteil der Spiele geht halt sogar nur zu zweit oder alleine. Habe ich gelesen. Was ich wahrscheinlich spielen würde, wären gerade mal die von Resports, die Spiele, weil die sind da auch drauf. Was? Auch Schwertkampf? Die sind da auch drauf? Ja, okay, Schwertkampf. Die sind da nicht mit drauf. Na, Resports Resorts, also Schwertkampf war Beste. Immer die Wii. Ich hab ja mit ihnen hin und her geschleudert. Ja. Das war die Mede. So an dieser Hand befestigt und dann einfach gedreht. Ja. Ne, den Helikopter. Nein, 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 nein. Die Fernbedienung hat mit der Schlaufe so rumgewürfelt. Genau, genau, genau. Schlaufe so befestigt und dann einfach die Würfel. Aua. Das war die, das war die Meter. Ja. Die Meter. Wer ist diese tiefe Stimme? Die Meter. Ey, irgendwie stehen Frauen auf tiefe Stimmen, kann das sein. Junge, ich aste die so nett. Ja, nein, 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 nein. Ah, scheiße. Kann doch nicht sein. Vierter. Vierter. Vier, lösch dich. Vor dem Ziel in den Elke. Ja, genau. War das die letzte Runde? Alter, ich hafte diese Map. Ich bin... Einfach Elfter. Oh mein Gott. Hast du sie? Was? Ich wurde dritter. Ich wurde dritter. Ich wurde dritter überholt. Fünfter, das ist in Ordnung. Ich hab's geschafft. Mitte, Durchschnitt. Item Glück vielleicht. Ja. Ja. Broken ist erster. Pokemon ist zweiter. Ich bin schlechter als die Bots. Ich wurde aber auch rausgekriegt. Ich wurde aber auch rausgekriegt. Also zählt das nicht. Und machen von Brownie. Natürlich zählt das dann. Broken, Hypercam. Okay, if you hate bee, but you love bee. Ah ja. Hier. So, wir sind acht Leute. Machen wir wieder Teams. Jo. Ja, ich bin hier. Vier gegen vier. Und hier. Der ist ein Team. Ich bin nicht wieder mit Progen wie ein Team. Ich mach mal Mischen. Mischen wie bei Memory. So. Das ist Sugar. Stimmt, das ist Sugar. Die Teams sind nicht fair. Warum nicht? Ich seh die Teams noch gar nicht. Keine Ahnung. Ich seh sie nicht immer. Ich seh sie nicht. Egal. Ja schon, ja gut. Einfach schon direkt beschweren, dass die Teams nicht fair sind, obwohl sie noch nicht sehbar sind. Ich bin Streamsniper, lass mich. Er ist 16 oder 17. Ja, mit 16, 17 hatte ich auch schon die Stimme. Ja, ne ich nicht. Ich bin ein glattes Mädchen. Ich bin zwölf. Ne, die Teams könnten interessant werden. Ja komm, jetzt Hyrule Castle, das ist auch ganz geil. Er klingt wirklich wie der Typ vom Kindergarten, der mit nem Bademantel rumläuft. Oder mein Schreck. Er klingt einfach wirklich so. Ey, what the fuck, was für Kindergarten? Das ist ja was, mein Spielplatz. Warte, in deinem Kindergarten war ein Mann mit nem Bademantel? Wo lebst du? Oh nein. Nein, er klingt so wie der Typ, der so auf nem Kinderspielplatz rumläuft und sagt, willst du meinen Hasen sehen? So klingt der. Wir haben im März so auf Fortnite gespielt, da hatte er nicht so eine tiefe Stimme. Hä, hast du nicht damals mit Toffi und Gobbi gespielt, Dani? Toffi! Dani ist, ach, das ist Dani. Ja, das ist Dani, die mich vom Baumklauen erwischt hat. Was hat die dich erwischt? Äh, ich hab ne... Ne, ich hab keinen Baum bei dir geklaut, nein. Was? Ey, warte, wie kann man einfach... Ne, was war das? Bei Toffi... Ich weiß nicht, bei Toffi hab ich irgendwann mal einen Baum ausgegraben und ihn vor seiner Haustür geklappt. Hä? Ach, ein Animal Crossing. Ich dachte im Real Life... Oh, Animal Crossing, wie geht's so Bäume klauen im Real Life. Im Real Life, einfach Bäume klauen. Was will ich denn? So eine Frucht und kannst Bäume rausklaufen. Ausgraben. Aber in Animal Crossing kann man doch keine Bäume ausgraben, oder? Das geht doch gar nicht. Wenn jemand auf der Insel ist, oder? So kleine Bäume. So Blumen zum Beispiel, oder Gras. Das geht, echt? Gras, genau. Man kriegt Gras auf dem Licht. Hi, ich bin... Jo, was denn jetzt passiert? Das war ich nicht, oder? Ey! Hey! Keine Ahnung, ob's bloß ist was. Wer hat hier schon wieder einen Scheiß? Ach ja, ist ja Team. Ist ja Team, Leute. Ihr müsst aufpassen, was ihr tut. Ja? Ja. Ich bin neben dir. Erstmal vier abschießen. Danke. Oh, Hanteltraining, Hulda. Vielen lieben Dank. Wird gleich nachgeholt. Jawoll. Nein, mach's während des Rennens bitte. Danke. Einfach... Einfach während des Rennens, genau. Genau. Wer lacht da? Haha. 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 Oh nein, oh nein, oh nein. Ich hab ganz viele Bananen. Digga, Teamplay find ich auch groß geschrieben, ne? Geil. Rauni? Ja? Du bist das viel zu überteuert miteinander. Nö, nö. 5.000, wenn ich das dreimal machen will, sind 15.000 weg. Ja, dann hör auf, das dreimal zu machen. Ganz ehrlich. Nein. Ja. Wir wollen auch den Sport machen, aber jeder zwingt ihn. Alter, wie geil ist das denn? Stell vor, du sparst so 500.000, Brownie möchte so'n 24 Stunden streamer machen. Ja, na, na. Und bei 23, 3, äh, 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 äh. Ja, genau. Was denn jetzt? Oh nein, kurz vor dem Ziel. Ich war irgendein, und dann kommt so'n scheiß… Wie knapp der Akroni vorbei ging der Gott. Ja genau. Ich war Zweiter, und dann kommt vier und überholt mich mit drei Bananen. Ja. Ich hab halt gefühlt mit jedem Panzer jetzt noch abbekommen. Ja, passiert, ne? Passiert. Danke, Holner, für die Hand hin! Yay! Ey! 4! Der sieht da sehr motiviert aus. Oh mein Gott, wie toll! 6! Oh mein Gott, wie toll! Sport, Porky! 7! Oh, wie toll! Yoshi's pisst, ey! Ach toll, wie toll! 8! 9! 10! Darum erst mit der Rainbow Road! 11! Nein, keine Rainbow Road! Wieder weg mit dieser Rainbow Road! Und die anderen! Und die andere! Wieso muss ich immer alles doppelt machen? Warum habe ich zwei Hände? Das ist die Frage! 1! Wer hat sicher Deadpool als Skin gemacht? 2! Wie lange ist Kuda? 30! Aua, Minuten! Habt ihr das Knacken hören? 4! Oh jetzt aber schnell! 5! 6! 7! Wie nett! 8! Einfach weitermachen! 11! Sein Arm bricht so dreimal durch! Einfach weiter! Oh! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Und Gas geben! Super! Ich hab hier keine Erholung zwischen den Pausen! Cool! Ich weiß nicht, was anstrengender ist! Junge, der Bizeps brennt! Permanent! Aber, Brownie, bist du eigentlich Single ja, ne? Also, ich will nichts sagen, aber du bist Linkshänder, oder? Hä? Schaut das jetzt eine Beleidigung sein? Nein! Meine Arme sind gleich dick, wenn du das fragst! Nein! Nee, nee, das meine ich nicht! Nein! 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 Gott, ey! Ich mach mal kurz! Hey! Tobi Grause, herzlich willkommen! Ja, Bro, ich hab dich noch nicht so laut lachen hören! Ich hab gleich noch nicht so laut lachen hören! Was aber nicht frag' warum lacht du überhaupt? Ich warte, die war so wild. Hä? Wieso? Ich kann doch, ich verstehe den ja. Also nein, nicht so, aber ich hab den... Ich kann den nicht vollziehen. Hier geht's genauso. Ja, mein Führer hat mich nicht nur lachen, wenn ich an die Schülchen anhänge. Ich hab nix verstanden, Leute. Alles gut, das ist echt wichtig. Also, ich fühl's, ich fühl's. Es gibt so Dinge in dem Bro... äh, Brockenbrück, oder? Brauni? Brauni, du Schuhmobber, weißt einfach Brockenbrück. Das müsst ihr nicht verstehen. Och man, wieso rammt ihr mich? Weil wir's können. Ich bin im gleichen Team. Ich bin der linken Hand. Er hat gesagt doch, wieso rammt ihr mich, als er in ein Blue-Shield gefahren ist. Dankeschön, Leute. Tolle Blue-Shield. Hat mir, hat mir Spaß gewonnen. Ooooooh. Ach, letzte Runde schon. Ja, ich bin Zweiter. Ab und auf. Digga, der Tisch bricht gleich wieder ein. Mach mal diesmal. Wie kann sie losieren, dass dein Tisch einbricht? Das muss ich erklären. Weil er sich auflegt. Der Tisch hält nix aus. Der Tisch hält nix aus. Der Tisch hält nix aus. Man kauft dir einen neuen Tisch. Boah, das wär so knapp, ey. Team Rot, bitte strengt euch an. Ich kann da vorne nicht alles carryen. Ich war Dritter. Digga, es war ja schon meine Blue-Shell, okay? Ja, danke dafür. War nett. Wär die Blue-Shield nicht gekommen? Ja, gerne. Wär die Blue-Shield nicht gekommen, wär ich nicht Erster geworden. Das ist richtig. Dann wär ich vielleicht sogar noch Zweiter geworden. Aber vor allem, ich hab ja auch erst mal gewartet, bis auf der Mini-Map ein blauer vorne war. Ach, du hast gewartet? Finde ich witzig. Finde ich witzig. Ja. Ich hab die ja schon so gefühlt 30 Sekunden lang gehabt. Einfach erst mal bremsen. Hallo. Ja, ich fühl's eher. Ich werf halt einfach so ne Blue-Shield direkt ab, wenn ich sie hab. Was war das drauf auf? Ja, hier musst du ja Team-Play machen. Zeichen. Ich spiel fast nie in Teams. Ich auch nicht. Ich match's überhaupt nicht. Bestes Zeichen. Der Stream wurde zu 75% geboostet. Ich versteh diese Boost nicht, ne? 3000 und ich hab einfach zwei neue Zuschauer bekommen. Zwei. Ja, Mann. Das steht in keinem Verhältnis, oder? Nee. Nee. Könnt ihr keinen Bock reinlassen. Brownie, die oft gehst du auf Twitch, gehst du auf die Startseite und sagst, oh, stream mit 15 Zuschauer. Ja, mach ich nie. Da klicke ich rein. Ja, siehste. Aber weißt du, wo das klappen könnte? Wo? Wenn du ne Frau mit Facecamp bist, da klicken die Leute tatsächlich dann rauf, wenn sie auf der Startseite ne Frau sind. Brownie, dann mach einfach die Karate. Ist wirklich so. Ohne Scheiß. Bei Leuten rein, die weniger Zuschauer haben. Ja. Also meine persönliche Meinung. Einfach weil die dann mehr auf dem Chat eingehen. Also ich kenn tatsächlich viele, die halt, wenn sie auf dem Thumbnail ne Frau sehen, klicken sie halt drauf. Ja. Ja. War sie einfach broken, ob sie auf Discord ihre Kamera macht und du nimmst das einfach als Coldcam. Beim nächsten, bei der nächsten Community-Challenge blende hier einfach ne Frau ein. Blende einfach Brokens Profil mit über deine Facecam ein. Ja, mach ich. Rein und das Bild. Dann sagst du, dass ich das bin. Genau. Dann sagst du immer, ja, sorry, dass ich das bin. Klar geht das. Das stimmt mit euch nicht. Aber. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. So, Rachel. Oh Scheiße, geh vom ersten Platz runter. 4, geh runter, geh runter vom ersten Platz. Äh, diesmal nicht von mir. Oh Dani. Dani ist immer verewigt. Ich glaub, hätte ich dich nicht gewarnt werden. Nicht unbedingt. Wie hast du das? Ich weiß gar nicht, das ist von Fabi oder so. Oh, das ist noch nicht die letzte Runde. Übrigens ist Tode auch verewigt, Dani. Du kannst ja mal Ausrufezeichen Tode eingeben. Ich wär für Ausrufezeichen Live-Game und dann so, wo das gelive gamert. Du musst wohnen. Nein, ich bin auf, ich bin auf Gras gefallen. Hier wird niemand gemobbt, Leute. Schau aus dem Weg. Na ja, gut. Wobbing. 9 von 10 Leuten für Wobbing. Also. Mein Wort ist Sonntag. Ich bin Erster. Auch Wobbing. Oh nice. Es ist passiert. Was, wieso krieg ich ne blaue Schelle ab? Und was, wieso hat das keine Wirkung auf mich? Ja. Und trotzdem noch ne Raketen-Villy an mir vorbeigezogen. Der Ubu. Die Rakete war ich, Brownie. Ja, hab ich gesehen. Hä, Brownie, wie leck war denn diese Blue Shell? Ja, keine Ahnung. Die Blue Shell ist bei mir eingeschlagen, aber es ist nichts passiert. Er ist einfach weitergefahren. Ja, ich bin einfach weitergefahren. So, wie sieht's jetzt aus? Es sieht aus. Scheiße. In welchem Team bin ich? Ich bin rot. Oh, ich bin rot. Boxtrot. Boxtrot. Herzlich willkommen. Irgendwie irritiert mich diese Flagge. Dann denk ich, ich hab Schlau-Steuerung. Ja, ich auch. Ja. Aber Schlau-Steuerung ist ne Antenne, keine Flagge. Kann man Rainbow Root kommen? Nein. Nein. Ja, gerne. Sugar sagt Dani, du bist toll. Und du denkst das Eis-Eis-Outpost bestimmt besser. Muffins Guild, herzlich willkommen. Und Eulers Objekt. Habt ihr mich auf der Startseite gesehen? Habt ihr mich auf der Startseite gesehen? Habt ihr mich auf der Startseite gesehen? Wir müssen jetzt unbedingt... So, hat jemand ein kurzes Foto von einer Frau? Ja. Der Streamboost ist noch an. Ja, aber ich glaub dafür würdest du gebannt werden. Ne, ich meine von euch natürlich. Achso, ja, aber ich glaub dafür würdest du gebannt werden. Cosplay doch einfach eine Frau. Wieso würd ich... Hä? Ja, Brownie! Nee, weil das wäre ja schon... Also das wäre ja... Ähm... Personenbeschädigung, oder wie man das nennt. Hä? Aber denkstens, ähm... Brownie, Cosplay einfach eine Frau. Nein, aber guck mal... Äh... Äh... Broken... Broken... Oder... Broken oder Aura, macht... Macht mal einer von euch die Kamera an und ich blend sie hier ein. Webcam, let's go. Ja, das machen viele. Das machen viele, das ist voll cool. Ich will... Ohne Scheiß... Ich will das halt echt auch mal so machen. Ja, okay, können wir beim nächsten Stream machen, wenn man so scheiße ausschaut. Okay, beim nächsten Stream. Nehm ich dir... Nehm ich beim Board, das machen wir. Ja, klar. Ich hatte... Da lasst du auch noch alle Klassenkameraden... Da kannst du nicht beim Board nehmen, du musst mir bloß rechtzeitig sagen, wann der Stream ist. Morgen. Morgen. Ich hatte jetzt die ganze Runde mit Münzen. Äh... Es können auch gerne... Alle Cam anmachen dann. Ich blend jede Cam ein dann hier. Dann sieht man auch den Stream. Ja, okay, von mir aus. Ich finde... Ganz ehrlich, ich finde das voll sympathisch. Wenn Leute... Wenn man streamt, man redet mit Leuten und jeder sieht diese Leute im Stream dann auch. Das finde ich voll schön. Jedermann ein interessiertes Gesicht bei Mario Kart. Ja. Und wie ich anfange die Menschheit zu hassen. Dann sieht jeder, wie ich anfange zu... Nur noch kämpfst, kein Gameplay. Also wenn du Gameplay nötigst, ich dir eh falsch. Weißt du doch. Das ist ja schön. Ich habe eigentlich keine Lust, dass mir jeder zuschaut, wie ich das Schwitzen anfange. Wie du dir unter die Arme reinlässt. Ich fand wirklich so. Imagine, man schwitzt wegen dem Gameplay. Ja, ich bin nicht der Einzige. Mal, mach die Heizung aus. Ja, ich schwitze. Meine Heizung ist aus und findest das offen und ich schwitze. Ja. Der war so... Aber irgendwie auch gut. Nein, das ist mein Ernst. Das ist mein Ernst. Wie dick bist du? Sehr fett. Ich bin sehr fett. Aua. Ja, genau. Ich glaube, dünne Menschen schwitzen nicht so schnell, oder? Das ist richtig. Das stimmt. Ja. Naja. Also wenn das wirklich stimmt, dann weiß ich nicht, wie ich hier gerade schwitze. Warum ich hier gerade schwitze. Äh, von wem kann ich Büsche? Vielleicht bin ich viel angeprägt oder wie. Oh. Jawoll. Ich lieg gerade im Bett. Oh nice. Unter der Decke. Bin ich so hab ich mitgekommen. Deshalb schwitze brauchen die so viel. Ich schwitze gar nicht. So, jetzt los. Wer hat das geschrieben? Wer hat das Fabi geschrieben? Der sabbert nur durch andere Öffnungen. Oh, Dani. Durch seine Hautschweiß. Das war schraubt. Yes. Oder so. Also, ich bin aktiver Öler. Och nein. Nein! Was? Ja. Ich hab Brauni getroffen. Ja. Ich war vierter oder dritter. Ja. Halleluja noch. Wir haben jetzt gewonnen wahrscheinlich. Wer und zwei und beide sind blau. Ach, das war Brauni. Ich hab Broken nicht getroffen hab. Ich wieder rennen seit noch. Oh ja. Eins kommt noch. Oh, okay. Ich glaub das kann man noch throwen. Ich glaub das kann man noch throwen. So, kommen jetzt alle Regenbogenboulevard. Ja. 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 Nein. Die vom SNES. Die vom SNES. Ja, okay. Du hast schon mal die falsche genommen. Nein. Ich bin für Team Blau. Moment. Ich bin aber Team Rot. Ich hab die. Rot. Warum sieht das eine Mie so wie die traurig aus? Was ist das? Und Schluss. Wer ist das? Oh. Welche Mie denn? Ach, der ist weg. Ne. Jetzt ist Merkel da. War das der, wo die Augenhutung waren oder das? Merlech. Ja. Ja. Merlech. Angelo Merle. Regenbogenboulevard. Angelo Merle. Okay. Oh, das wird nichts. Ja. Das wird nichts. Ja. Schocking. Brauni, Brauni. Ja, Schocking. Was ist los? Tolle Strecke. Mal sehen, ob ich Brauni in den letzten Sekunden wieder vom vierten Platz holen kann. Wildlands. Warte, was? Oh mein. Was war das denn? Oh. Ne. Das würde mich jetzt auch gerne interessieren. Attacke. Alter, wie geil. Da hat jemand, da ist jemand, äh, Sub bei Reportagen. Ich, äh, würde nicht gerne einen Heiratsantrag machen. Ich glaube, heute kann man mit mir nicht mehr mit Wildlands rechnen. Spaß. Aber vielleicht hat ja Hulda Lust. Hulda, möchtest du dich heiraten? Hulda, klar. Hulda möchte Wildlands. Hulda, wie viel hast du nochmal brutto verdient? Also, BDW, du machst ja gar nichts. BDW, du machst ja mal richtig Teamplay. Hast mich gerade umgeguckt. Hulda, spielst du gleich Wildlands? Warte, 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 ich zieh mich nicht rot, ne? Soll der überhaupt nen Talk? Aua. Ne, der ist gemütet. Vielleicht bin da halt. Der weint gerade. Ähm, also, Sugar, du sollst auf, äh, Netto achten. Ich auch guter. Ähm, seit ich möchte guter. Hä? Na und? Hulda, Chris und Zeus sind dabei? Ja, weil ich geh das abziehen. Aber dann seid ihr doch schon zu viert, Shocking. Äh, und nein. Ich bin verheiratet. Glücklich. Aber dann seid ihr doch schon zu viert. Ich starte dir mal einen Besuch. Zwangsscheidung. Zwangsscheidung, ja. Werde ich auch für. Shocking. Dann seid ihr doch schon zu viert. Und was Blaues. Kann ich nicht zählen. Äh, das Blaue, geh an. Oh, bitte nicht für mich, bitte, nicht für mich, bitte. Rot. Wahrscheinlich. Ne, die Blaue. Sehr gut. Pass. Oh, was soll denn das? Und dann kann ich jetzt ja nicht mehr mit ausschauen. Achso, okay, alles klar. Aua. Erstmal wieder komplett reinwerfen. Warum ist der Bot Sechster? Warum bist du hinter dem Bot? Weil ich bin Sechster. Oh, ich bin auch runtergefallen. Also im Moment, wenn gerade Broken gegen den Bot kämpft. Erstens streamen wir im Hintergrund auch von Schaumisten. Viel Spaß, Hulda. Grüßt die anderen von mir. Bis später. Bis später. Hast du gehört? Sorry. Achso. Hast du gehört? Hallo? Oh, ich hab'n Kugel, Willi. Okay, grüß' sie nicht von mir. Hi, Brownie. Hi, Brownie. Oha. Ah, hallo. Ey, what the fuck? What the fuck? Wir zocken jetzt für mich. Ich mach' grad was geht jetzt ab. Schocking, falls du mich noch hörst, grüß' die anderen von mir. Und, äh, Sugar, benimm' dich bitte. Kann man mal jemandem eine Antwort geben? Immer wenn ich drei Pilze kriege. Ja, doch, Blitz. Sie sind sofort geklaut. Sie sind legit. Vieles auf dem roten Seite. Warte, welches Team bist du? Oh fuck. Ich glaub' du. Warum klaust du immer meine Pilze? So, ich hab' das Beste getan, was ich konnte. Erster. Ich war Fünfter und dann hast du immer meine Pilze geklaut. Oh, oh, das schellte ich hinter mir. Oh, schön. Erstmal, kommt der reinfroden. Ja, uh, siebter. Aua. Uh, siebter. Ähm, Dani, um nochmal zu antworten. Ich hab' einen Ausgang. Achter. Aua, das tut weh. So ein geiles Produkt. Direkt fünf Sterne auf Google, oder? Ja. Ja. Geil. Hat sich eigentlich von euch auch jemand das neue Mario vorgestellt? Ja. Ja. Ne. Welches? Äh, Bowser's Fury. Danke, Dani. Ich werd' schauen, ob ich ihn jetzt liebe, weil ich mag das Game eigentlich, aber der Online-Modus stört mich. Ich hab' das Game schon auf der Video. Warum den Online-Modus muss man ja nicht spielen? Was erwartest du von Online-Modus bei Nintendo? Ja, okay. Mario Kart haben sie doch auch hingekriegt, also. Was? Die haben Mario Maker verkackt, ja. Smash verkackt. Na gut. Ist das wahrscheinlich irgendwie so ein P2K, oder? Ist Mario Maker 2 besser im Online-Modus, oder? Nein. Das ist immer noch kack und es wird immer trash bleiben. Oh. Es liegt halt nur daran, wenn du denn niedrigen sein hast, sind halt alle mit schlechten Wädern da. Ich seh' mich schon wieder am Anfang runterfallen. Das heißt, wenn du spiel' neu aufs und anfängst, dann... Viel... Dann genade dir Gott, dass das Ranking gut ist. Rauni, hier gibt's ne Abkürzung, das weißt du. Hier am Anfang, bei der ersten Kurve. Ah ja. Ja, ja genau. Ganz unten, da vorne. Das gibt's ne Abkürzung im Wald. Im Wald gibt's auch ne Abkürzung. Das, was man von hier aus sieht. Im Wald? Ja, das ist dann aber... Im Wald? Die im Wald kenne ich tatsächlich nicht. Äh, in der Mitte, wenn du'n Peel hast, dann kannst du da langfahren, dann fliegt du. Ganz am Anfang im Wald dann. Ah ne, hier ist die noch gar nicht, die kommt erst da unten, die Kurve. Ich hab' die Physicality... Ich hab' die höchste Füße der Charaktere und trotzdem bin ich weggegangen. Oh, spiel' ich. Jetzt kommt die Abkürzung. Ich spiel' Knochenbowser. Genau. Ich fühl's. Oh, so. Die ist auch ne Big Lady, aber... Ja, die ist auch... Oh, stark Brody. Äh, bist du in meinem Team? Warum spielen hier eigentlich so viele namens Chi Chi mit? Oh. Muss ich... Muss ich doch umändern. Weil wir einfach genial sind. Muss ich doch umändern. Von ner anderen... Dingens. Muss ich... Muss ich doch umändern. Muss ich doch umändern. Ne, ich verhalte das, glaub' ich, drin. Schlecht. Ich mag das. Wo ist dein Team Chi Chi? Ja. Ich mag das wirklich. Guck gleich anfangen. Sieht besonders aus. Besonders, naja. Äh, Brauni, jetzt... Jetzt gleich. Ja, jetzt gleich kommt die Abkürzung. Ja, aber ich kann die nicht nehmen. Ich finde das so viel besser als CST. Ah, da. Ich seh' sie. Ich seh' sie jetzt. Digga, CST ist so ein... Ganz. Zum ersten Mal hab' ich die gesehen. X, du bist ran. CST ist ran. SG. Brauni, ich bin ein Team, ey. Ja, sorry. Ich musste... Ich musste sie nehmen. Ich musste sie nehmen. Na, ich kann ja nicht ein Item einfach wegwerfen. Ähm... Das Problem ist halt, wenn du sowas wie... ...wie... ...wie drei... ...dreifende Panzer hast... ...und Zentimeter, wenn du nicht reinfährst. Freikampf von mir. Blauer. Hab' ich... ...das Box... ...und... 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 Ich bin mir mal ausbrechen, das wirklich spannend. Die größte die Mottes und alles. Du kannst braun ja was klauen. Ja, wie knapp das gerade war. Oh, du bist wie schlägt. Oh, vom ersten blauen. Banane. Vor mir ist ein Blau und ich hab'n Roten geschmissen. Total unlogisch. Oh, ich hab's noch geschafft! Ich muss noch mal treffen. Hörn und Halleluja Vielen lieben Dank Halleluja Gesamtwertung Maschinen für ErfB Herr ich glaube das haben wir gewonnen ganz knapp Finally Ich lache jetzt wenn es unentschieden steht das wäre jetzt nice Ja Ja 83 Punkte voll und von Trash Aber, PokéMaster ist generell Platz 1 und ich bin Platz 3 Hat aber nicht gereicht Aber ich glaube, uns hat auch Hulda verlassen, ne? Mit einem Match Ja, das gelieft Ghost Reck in White Lance Na dann, wollen wir noch eine Vierer Eine letzte Vierer-Runde machen Äh, ne Was? Ne? Wie viele sind noch dabei? Es sind sieben Stück dabei Nein, da machen wir drei Da können wir drei machen You have collected 30 coins Stinger Pupen, herzlich willkommen Und Schluck trinken, habe ich gemacht, Dani Danke dir Geiles Produkt Machen wir noch ein Vierer-Rennen Standard, schwierig Renn starten Drei gegen drei Wer möchte gegen wem? Hat jemand einen Vorschlag? Präferenzen? Gegen wen? Präferenz Keine Ahnung Ich möchte halt einfach bei dem Team sein Warum hört sich das eigentlich so an, als ob du auf PC Mario Kart spielst oder? Warum? Macht hier gerade irgendjemand anderes was auf PC? Wieso? Wegen Maus oder was? Ne Ja Keine Ahnung, wer hier mit der Maus klickt Äh, ich hab die... Ach, ich hab Neuze-Fashion aus, damit man mich auch mal lachen hört Ah ja Weil mein Lachen ist wegen Neuze-Fashion immer unterdrückt und jetzt... Dein Lachen ist unterdrückt? Okay, vielleicht ist mein Lachen auch unterdrückt Meine Lachen wird immer zu drückt von Neuze-Fashion Wieso kriege ich hier keinen Windschatten? Wieso kriege ich hier keinen Windschatten? Wieso kriege ich hier keinen Windschatten? Warum habe ich grad die Abkürzung gefällt? Komisch Was? Jetzt muss man so eine Frage nebenbei hören, meint man nicht, oder? Ja. Sarah Logen, herzlich willkommen. Wie schafft Pokken? Ist das eigentlich immer so einen großen Vorsprung? Nexus, hi. Gute Frage, nächste Frage. Frage ich mich auch global stellenweise, wenn ich mit Japanern zocke. Also wenn ich mit Japanern zocke, dann habe ich erst recht, glaube ich, ja, irgendwie muss ich global ja Punkte machen. Punkte sind ja eigentlich egal, also. Deswegen habe ich auch bloß 1000 Punkte. Ähm... Kannst dir ja nichts kaufen an den Punkten oder so. Äh, bin ich allerdings die mit der Wii U zusammen. Noch ein bisschen frei für ein Mal. Bin ich mittlerweile irgendwann heute? Generell ja, aber wir sind gerade in der letzten, äh... Wir fahren jetzt noch zwei oder drei Runden und dann sind wir schon am Ende. Aber du kannst gerne Discord joinen und mich adden für den nächsten Mario Kart Stream. Ja, ich mach dann aus. Das heißt schon, es ist 20 Uhr. Das ist voll früh. Solange wie ich Mario Kart spiele. Sagst du dann noch Privatab? Ich weiß nicht. Leute, das gibt's ja nicht. Ich bin ja mal gut. Ich glaub, Mario Kart mach ich dann erstmal aus. Oh, wow. Ja, das sehen wir irgendwie. Naja. War es auch mal so. Jetzt war ich, jetzt war ich Dritter. Sehr gerne Nächster. Ja, tolles Spiel, ne? Hm. Tolles Spiel. Mario Kart. Warum könnte ich Rage quitten? Ich kenne Mario Kart ja mittlerweile auch gerne Betrugskart 8 gelangt. Wenn ich... Du, Brauni, der Bot-König Bohu war besser als du. Ja. Oh, shit. Durchaus, äh, ja. Was ist denn das schwierig, wo? Manchmal fahren die echt gut oder haben echt Glück. Glück, ja, klar, Glück. Das ist ja auch schwer, haben wir zu gehen, die Leute. Nein, keine Regenbungsdrecken. Hä, wir spielen 4 gegen 3 übrigens. Oder beiden. Wie auch immer das von beiden ist. Hier spielt 4 gegen 3. Ne, hier spielt 3 gegen 3. Ah, hier spielt er, der doch. Ja, 4 gegen 3. Ah, hier, hier, Leute. Was macht ihr mit deiner Regenbogenstrecke? Ich hab das, ich hab das andere da hinter... Wie kann man eigentlich seine Anzugfarbe in Mario Kart anpassen? Kann man das? Kann man das? Ne, kann man nicht. Ja, andere in Rot, andere in Blau, andere in Schwarz. Achso, das ist deine Lieblingsfarbe. In dem, ähm, welche Farbe du deinem Mii zugeordnet hast. Deine Lieblingsfarbe der Mii-Figur. Ja, meine Lieblingsfarbe ist Schwarz. Bei mir ist es Rot. Schwarz ist zwar eigentlich keine Farbe, aber... Schwarz ist keine Farbe, ja... Von den Farben her ist meine Lieblingsfarbe richtig... ...die Brett. Von den... Ah ja, von den Farben. Von den Farben. Wenn das dir jetzt wieder gesagt, Schwarz, dann... An sich, Schwarz und Wilde, keine Farbe. Mii-Mii-Mii-Miii... ...als so blutlich auf Platz 2 so gut getestet. Och, danke. Oh. Boah, war das gerade knapp. Ein Bot ist ein Dritter. Das ist sympathisch. Oh nein, das ist nicht sympathisch. Ja. Ich bin sympathisch. Ja, finde ich. Weil ich kein Bot bin, weil ich gerade ein Dritter war. Ja. Ähm... So. Haha, lol. Ja. Oh Gott. Ich sehe nur... Ich sehe nur die Stream-Gelade. Und so stimmt, Stream hat ja so eine Verzögerung oder so. Ja, ich bin nach außen im Cover bei... ...Alten kann ich uns Trigger 3. Yayler. Warum fail ich eigentlich immer in dieser einen Kurve? Ich fail immer in dieser einen... Ja, wie du gehört, wolltest du mich wieder ausregen. Äh, nee. War absolut genau. Genau. War gut weg. Deswegen. Warum habe ich schon wieder so einen immensen Vorsprung? Wer ist Erster? Welche Farbe? Äh, Rot. Rot. Ich überhole gerade einen Bot, der einen Stern hat. Ich sehe nichts. Wenn du auf die Karte schaust, dass du nicht als Bot ist, bin ich. Ach, du hast Saki. Ich hoffe, mich als Bot zu bezeichnen. Ich bin Saki. Du bist dieses Dritter, der mich als Bot bezeichnet. Ja, richtig. Ich mache einfach Bot. Hi. Du bist so viel lang. Warum bist du... Dann müsste man sich fragen, warum man Hobbymäßig als Bot bezeichnet wird. Leute, mir ist hier vorne langweilig. Könnt ihr euch ein bisschen mehr anstrengen? Dann bremst du uns. Wenn du... Wenn du ein bisschen abhust... Ach, das ist Kripo. Ich krieg die Kurve nicht. Ich krieg die Kurve kurz vorm Ziel nicht. Verdammt. Ich wär zweiter. Ich krieg die Kurve ganz im Start. Du hast dich aber auch gut reingefailt. Richtig reingefailt. Ja, das war's wieder damit, dass ich gut bin. Richtig reingefailt. Das war's wieder. Dantenne, herzlich willkommen. Dantenne, wir machen gleich aus. Sind noch zwei Runden gerade. Ja, gut. Ich bin doch zum Ersten am Team. Pokémon, das Team ist gerade richtig stabil unterwegs, Kappa. Wenn wir noch so eine Runde machen, sind wir bei Erster. Ja, noch so eine Runde und dann war's es auch wieder. Ending. Ending. So, dann kommen wir jetzt nochmal Regenbogenboulevard. Was war aufgeregt? Das ist fünf gegen drei, was ist hier los? Ja, komm. Und warum nicht vier gegen vier? Weil, ja, wir sind ja nicht die... Eins, ihr seid acht Leute, oder? Ja, ne, doch, acht Leute, aha. Oh, geil, Vario, Serena. Ja, Antendo. Wir sind immer noch drei. Äh, wer ist es, ob? Ach, äh... Ich spiele halt einfach aus Langeweile ab und zu auf DS nach Mario Kart. Ich spiele halt einfach aus Langeweile ab und zu auf DS nach Mario Kart. Ich spiele halt einfach aus Langeweile ab und zu auf DS nach Mario Kart. In diesem Falle war er es blau, was schlechter war. Hä? Ich spiele halt auf DS aus Langeweile ab und zu auf Mario Kart. Würdet ihr nach dem letzten Rennen, würde ihr nach dem nächsten Rennen noch letzter sein, also blau, dann würd's jetzt die sechste Person, die kommt in blau rein. Team legit. Weil... Wenn sie dann in rot reinkommt, dann ist es Mobbing. Oh, ich hab'n blauen abgeschossen, ich wollte dich nicht, super leid. Ey, erst werde ich an Spot bezeichnen, dann schießt du mich ab. Ich wollte es, Mann! Ja, egal was, du musst nicht tun, du musst fahr'n nicht beschwer'n. Das ist vierteid. Das ist vierteid. Das war sehr schade, aber... Jetzt bin ich sogar 11. Aua. Weil ich zweimal abgeworfen wurde. Einmal sogar von dir. Ja, warum ist er... Oh, er war erster? Nee, ich bin zweiter. Ich weiß. Er war kurz erster. Er war kurz erster. Ich weiß, wie lange. Die kurze Haufen war da... War ein gutes Gangster-System. Aber gutes Fahren verhält sich halt einfach aus. Nee. Ja, du bist du dünn. Ich hasse die Strecke tatsächlich. Ich liebe die Strecke. So bringe ich die auf. Ich hasse... Ja, gut. Von auf DS ist irgendwie geil. Ich bin eher so ein Fanboy von Coconut Mall und... Ach, nee, gibt's nur noch... Ja, oh mein Gott. Weg mit der Musik, krieg ich mich immer auf. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Oh, Brownie ist sogar vor mir. Hallo, Broby. Spider. Warum auch immer die rote, wie die hier verfehlt hat? Das ist Mobbing. Rakete geradeaus, dann kommt der Blitz. Die Rakete nicht paar Sekunden länger gehen können. Oh, Mobbing. Bös, bös, bös. Ach, dann Tendo ist wieder da. Ja, passiert, ne? Oh, hier. Ich bin zweiter Platz. Nicht mehr lange. Hey, ich bin in deinem Team. Hä? Stimmt, du bist in meinem Team. Nicht mehr lange, sagt mir das mal. Oh, nein. Wo lebst du? Oh, nein. Super so leid. Warum werde ich gerade von den Bots zugebombt? Teamplay ist in Schulnoten gesagt für fünf. Oh, nein. Er war stets bemüht, aber er arbeitet einfach nicht verschissen. Entschuldige, BRW. Ich kann die Rakete leider nicht steuern. Oh, wer ist denn hier mit dem Stern unterwegs, Alter? Das ist auch ein Team-Mace. Einfach nochmal, aber trotzdem Platz geklärt. Okay, dann ist es egal. Trotzdem ein Team-Mace. Ja, dann ist es egal. Was hast du gegen deine Team-Mace? Das ist ja absolut grau, Weinhard. Hä? Nein. Das war Aura. Team Rot. Nein. Was? Nein, das ist das Gesamt-Ranking. Achso, das war das Gesamt-Ranking. Tja! Oh, nein. Ich lost. Ja, lost. Big brown moments have been made. Again. So, ich glaube, ich... Ich glaube, ich nehme jetzt die Hyrule-Paste. So, letzte Runde. Biden. Nein. Nein. Nein, er nimmt nicht Baby Park, oh, nein. Nein. Nein, nicht Baby Park. Ich würde auch Sachen Baby-Baby-Baby-Baby-Baby-Kommen würde. Baby Park, äh, Trump- Baby Park ist halt Glück, ist reines Glück. Ja, das ist das pure Glück. Das ist wieder zu drinnen. Entweder hast du Glück oder Pech. Das war's. Ich geh mal starten, morgen Frühdienst, alles klar, Daniel. Die können die Strecke Baby Park als Casino-Attraktion machen. Ich würde schon eine gute Nacht danach schauen. Ja, echt so. Und dann wird die Runde schrullern. Wirst du erst bis sechs, dann bekommst du deinen Einsatz zurück, wenn nicht? Hast du einfach komplett reingetreu. Ja, das war's. Würde aber sogar wirklich passen, so Zufall, wie die Strecke ist. Der ist nicht gut. Was haben sich die Entwickler denn dabei gedacht? Das hab ich mich auch schon damals ein Double-Death gefragt. Das ist die Tage, dann hören wir ja nicht schon oft genug so. Wir mutieren jetzt mal zu EA. Glück einfach. Ich hab's so, sag ich jetzt nicht. Was passiert hier? Ich hab' gerade auf dir gesehen. What the heck? Dantero und Brownie. Hallo, ich bin hinter euch. Da habe ich jetzt nur blaue vor mir oder was? Warum? Wir sind doch ein Team! Was passiert hier? Warum, als ob Biden so ein Inter ist, Alter? Biden hat mich halt voll geoutplayed. Oh man, Alter. Ich habe gerade gesagt, oh Gott, ich habe verstanden. Okay, ich bin nicht mein Zweiter. Habe ich auch verstanden. Biden ist ein Inter? Warum bin ich der Einzige, der hier einen Blitz abgekriegt hat? Ich habe auch Blitz abgefunden, also alle blauen. Weil gefühlt alle von roten mich gerade überholt haben. Naja, weil rot kriegt keinen Blitz ab. Rot kriegt auch nichts ab. Weil rote... Die gesamten Items sind teambasierend. Genau. Außer die grünen Panzer und die Bananen. Wäre ja nicht viel sinnvoller wären die auch teambasierend. Wäre auch lustig, wenn blau irgendwo eine Banane hinwirft und blau kann da einfach durchfahren. Ja. Ging das nicht sogar? Ja. In irgendeinem Taikin wirkt. Ja, wollte ich nur sagen, das geht doch irgendwie. Auf der Weg einfach. Der hat total bescheuert. Kommt das weg. Ich fand das gut. Fand ich gut. Da war so eine Schutzbarriere. Wer ist gerade überhaupt Erster, wenn Pokémonster Dritter oder Vierter ist? Ähm, ich war Erster und dann bin ich gegen eine Wand gefahren. Der Antifach... Achso, ich sehe... Also das Geile ist ja schon mal, dass ich auf dem vierten Stern bekomme. Jetzt sogar beiden Ersten. Ach du Heilige, das geht nicht. Ja, den ist doch ruhig, ne? Alter! Viel noch! Der ist easy. Der ist easy. Schölln Pokémonster mit zwei Grünpanzern, äh, roten Panzer nachgeworfen. Ja, ich bin Erster. Das Team Gameplay. Warum er ist ja nicht in meinem Team? Ja. Einfach. Alles, was ich deine Fremde trägt, wegbomb. Na ja, das wäre gut. Ich würde jetzt auch feiern, aber... ich glaube team rot hat gewonnen ja ich glaube ich habe wieder gelernt wie man da richtig fährt oder ja ok ganz knapp punkte deutlicher ich sehe es jetzt ist auch was bedeutet eigentlich immer dieses 0 von sechs sternen einmal erst einmal zweiter die nur von sechs das ist ein replays also bei mario kart tv die strecken die du dir als favorite und ich auch nie verstanden wofür braucht man die denn gar nicht oder was halt einfach nur markieren welche strecken so dann lassen wir noch weiter reden 50 sind schon geil also so ich verabschiede mich von euch hat super spaß gemacht ich mache jetzt den stream aus vielleicht sieht man sich noch so ich werde noch macht mit und ich wünsche euch eine gute nacht schönen abend bis zum nächsten mal hat spaß gemacht danke fürs mitfahren und alle die hier noch gelögt haben danke fürs lurken und für den support schau meine lieben